Schon der erste Eckball für den FC vorwärts bringt in der zweiten Minute das Führungstor. Schneider hält nicht fest, Peach verwandelt per Kopfball. Die Freude der Frankfurter wehrt nicht lang. Der Rostocker Rainer Jaros mit der Nummer 10 bereitet mit diesem Flügeldurchbruch sein drittes Tor vor. Strafstoß, denn Probst klemmte Schlüns. Jaros verwandelt, sein dritter Treffer ist. Gleich drei Minuten später und dann geht Rostock sogar in Führung. 1 zu 2 in der neunten Minute. Vorwärts drängt auf den Ausgleich. Erneut ist ein Eckball von Otto Ausgangspunkt eines Treffers. Teuerkorn kommt hier noch einmal zum Schuss. Das Endresultat von 2 zu 2 ist schon ab 19 Minuten hergestellt. Mit sechs Meistertiteln und zwei FDGB-Pokalsiegen war der FC Vorwärts Berlin in den 60er Jahren einer der erfolgreichsten Vereine der DDR-Oberliga. Es gab legendäre Europacup-Spiele gegen Wolferhemden, Benfica, Feenort und auch nach dem Umzug nach Frankfurt-Ober gab es besondere Europapokalspiele im Stadion der Freundschaft. Doch auch diese konnten dann letztendlich den Abwärtstrend nicht wirklich aufhalten. In der letzten Oberligasaison blieb nur der Platz am Tabellenende und damit der Abschied vom bezahlten Fußball. Im Jahr 2022, also genau 51 Jahre nach der Gründung des FC Vorwärts Frankfurt, konnten die Nachfolger die Meisterschaft in der sechstklassigen Brandenburg-Liga und damit die Rückkehr in die Oberliga Nord feiern. Da passt es perfekt, dass im Kultokon-Verlag die passende Fußballfibel erschienen ist. Darin lässt Marco aus dem Blickwinkel von zwei jugendlichen Anhängern die Vereinsgeschichte lebendig werden. Im Podcast spreche ich heute mit dem Autor und Journalist über die Erfolge, die Niederlagen der Armee in der DDR und eine ganz besondere Fußballfibel. Servus Marco, ich freue mich sehr, dich im Podcast zum zweiten Mal begrüßen zu dürfen. Ja, ich glaube, das ist sogar das dritte Mal, kann das sein? Das kann tatsächlich sein. Ja, also einen schönen Gruß zurück. Ja, hallo in die große, weite Welt, in die große, weite Fußballwelt. Ich habe dich sicherlich ausführlich bereits vorgestellt, aber für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das heute das erste Mal hören, leidenschaftlicher Fußballfan mit dem Herz im Osten, aber nicht ausschließlich mit einer großen Leidenschaft für den BFC und auch für Hansa, aber nicht ausschließlich letztendlich interessiert an allen Entwicklungen im Fußball, die es so gibt. Triffst du das so im Wesentlichen? Hast du schon einen zu zusammengefasst? Genau. Also ich bin 1973 in Ostberlin geboren, Berlin-Lichtenberg und am Rande der Stadt aufgewachsen. In meiner Kindheit und der frühen Jugend hatte ich weniger Berührung mit dem Fußball, also so mit Oberliga-Fußball, das ist dann so mit dem örtlichen Fußball bei mir in Wallisruhe, mit Baumarzahn, solchen Geschichten und Fernlager, mit Ländervergleichen mit tschechischen Kindern, so dann schon. Und natürlich mit Papa die Weltmeisterschaft geguckt und die Sportschau. Aber der richtige Fußball ging für mich los mit dem Fall der Mauer. Ich war dann 16 Jahre alt und Fußball sozialisiert wurde ich sogar am Westen, wenn ich das so sagen kann, im Rheinland. Ich habe meine Ausbildung dort fortgesetzt von 1991 bis 1994 und das war sozusagen der Sprung ins kalte Wasser und ich habe da alles mitgenommen. Jede Woche mit Bayer Leverkusen, Heimspiele, Auswärtsfahrten und nach einem Jahr erfolgte der Blick über den Tellerrand von der Bundesliga bis runter in die Oberliga. Die Regionalliga gab es dazu zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ja, auch Europapokal mit Auswärtsgefahren, mit Leverkusen im Bus nach Norn, nach Parma, mit einem Sonderzug nach Eindhoven. Aber dabei natürlich nie den Blick in den Fußball-Osten verloren oder vergessen. Ich wollte natürlich immer schauen, was passiert in meiner Heimatstadt und vor allen Dingen habe ich gespürt, dass ich einen riesigen Nachholbedarf hatte, weil ich halt in meiner Kindheit oder frühen Jugend im Licht zum Fußball ging. Wollte ich nun sehr viel nachholen, habe meine Union natürlich viel angeschaut, den FC Berlin, also den BFC, die Heimspiele. Und besonders nach meiner Rückkehr 1994 nach Berlin habe ich im Fußball-Osten eigentlich alles mitgenommen, alles was irgendwie ging. Und ja, das geht dann so bis in die Gegenwart, habe mein Herz verloren an zwei Vereine, an den BFC Dynamo und Stück für Stück auch an Hansa Rostock. Ich sage mal, der BFC ist so eine Art Familie. Und Hansa ist die große Liebe, die von Jahr zu Jahr immer mehr gewachsen ist und sich festigte. Wer mehr über dich erfahren will, den empfehle ich das Buch Zwischen den Welten, was 2014 erschienen ist. Da berichtest du eben auch so über deine Fußballerlebnisse. Und gerade die Anfangszeit kann man da gut nachvollziehen. Wir kommen sofort auf deine Bücher. Du hast selbst gesagt, du bist ein Berliner Kind und nun ist ja gerade im Fußball in Berlin eine ordentlich Bewegung. Und zumindest eine Frage, wenn man sieht, in Hertha haben wir jemanden, der aus der Kurve kommt als Präsidenten. Also Hertha, die sehr lange Zeit so aussahen, wie wenn sie mit den vielen Finanzen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, nicht gut umgehen können, sorgen jetzt für eine Überraschung mit letztendlich dieser Präsidentenwahl. Du hast mit Union jemand, der in der Bundesliga wirklich eine gute Rolle stellt, was ich zumindest nie erwartet hätte. Du hast einen BFC, der angeklopft hat an der dritten Liga und man Sorge haben muss, dass durch dieses vergebliche Anklopfen, also die niederlagernde Relegation der Trainer entlassen wurde, dass da so ein bisschen etwas kaputt gegangen ist. Zumindest für außen wirkt es so. Was ist denn, was ist für dich so im Moment die eindrucksvollste Entwicklung in deiner Stadt im Bereich Fußball? Muss ich auch sagen, die Ausschnitte von der Mitgliederversammlung, als bei Hertha B.C. die Stimmen bekannt gegeben wurden, also da wurden die Augen feucht, muss man sich so sagen. Einfach so diese Emotionen, dieses Aufschreien, dieses Haarhohe, also ich habe jetzt keine feste Verbindung zu Hertha, aber es ist natürlich trotzdem eine Stadt und habe natürlich auch die ganz bitteren Zeiten in den 90er noch gesehen, Anfang der 90er, als sie da so rumkickten, vor 4000 Zuschauern und habe den Aufstieg aus 97 dann hautnah miterlebt, das legendäre Spiel in Kaislautern, also da kommt man ja als Berliner nicht drumherum. Also das war für mich in den 90ern auch mal, ich habe allen Berliner Vereinen so ein bisschen die Daumen gedrückt, natürlich hat sich dann der zum BFC bei mir gefestigt, dass das da sozusagen mein Berliner Verein wurde, aber ich habe ja die Sache immer mitverfolgt, bei Union genauso, habe 95 gesehen, 94, 95, als die gegen Hertha Zählendorf gespielt haben, unter der Woche verloren haben, als, ja, dieses, von ganz tief, wieder hoch und um auf Hertha zurückzukommen, das ist eine Chance. Sie haben viel Identität verloren, eigentlich, ich bemängelte es schon seit 20 Jahren, ich habe das nicht verstanden, das war kurz nachdem die aufgestiegen sind, so 97, da hast du es noch im Stadion so gespürt, die haben auf die Historie gesetzt, die haben alte Videoclips abgespielt, die Lieder, das war Gänsehaut halt, du hast so, naja, die 70er, die 30er, du konntest das in dem Stadion richtig spüren, die Historie und davon haben sie sich immer mehr entfernt, und das fing mit dem neuen Logo an, mit Nike, mit, ja, Hauptstadtclub, das muss modern sein, das, naja, die ganze Geschichte halt, ja, und das ging dann immer weiter, ich habe das jetzt nicht mehr so im Detail verfolgt, weil ich das generell, der Profifußball, Erste Bundesliga, naja, wie bei vielen, ja, ich habe nicht den Rücken zugewandt, aber ich gucke Erste Bundesliga jetzt wirklich nicht mal so sehr, ja, aber natürlich die Wahl, das Präsident natürlich, habe ich schon sehr verfolgt, und ich fand es cool, ich muss sagen, das ist einfach mal die Chance, mal gucken, was draus wird, und ich meine, der gute Mann ist ja auch Geschäftsmann, ist selbstständig, der kommt ja jetzt hier nicht direkt, so wie die Medien, so die Überschriften, so Titeln, dass der nun komplett aus der Fennkurve, da ist ja mal plötzlich, ich meine, der hat ja schon einiges auf die Beine gestellt, und ich denke, ja, könnt mal schauen, ich bin gespannt, ja. Ein Wort noch zu Viktoria, hast du da einen Blick drauf, also ist ja im Prinzip Investoren dahinter, die auch bei Austria Klagenfork fort in Österreich dort sehr, sehr erfolgreich sind, ich habe immer mal mitbekommen, dass es relativ viel Kritik gibt, ich glaube, aus Zwickau hatte ich mal eine Tapete gelesen, hinsichtlich der Eintrittspreise bei Viktoria, die offensichtlich da intensiv sind, so ganz erfolgreich scheint man ja sportlich dort nicht zu sein, wo will Viktoria hin und wo sieht sich Viktoria als Nummer 3 oder in welcher, wo soll es mit diesem Verein hingehen? Naja, die haben natürlich mit der letzten Saison tatsächlich die Chance gehabt, ich meine, das hätten sie jetzt die Klasse gehalten, Eintrittspreise, gebe ich da völlig recht, waren viel zu hoch, habe ich nicht verstanden, ich war einspielbar dort, auch nicht Presseaggregierung, sondern ganz spontan mit einem Sohnemann gegen Magdeburg, war auch ein guter Auftritt, Gästefans, Spiel war jetzt nicht so die Wucht, hat ja Viktoria tatsächlich dann auch nochmal verdient gewonnen und so ein bisschen den Stohr halt auch gepackt, in Sachen Klassen halt, war für mich völlig unverständlich, also warum man die Preise so hoch macht, das wäre die Chance gewesen, da eben Leute ein bisschen ranzulocken, also vor allen Dingen bei den Spielen, die ein bisschen attraktiver sind vom Gegner her, da ist einiges halt verspielt, ja, und ich denke mal, ja, also ein bisschen weg vom Fenster, ich meine, guck dir die Konkurrenz an, Jena, Cottbus, Lok, alle wollen sie hoch, vielleicht auch mal wieder Altkliniker und da rangelst du, BFC sicherlich auch, so über ein, zwei Jahre und dann jetzt rangelst du halt mit 5, 6, 7, 8, ja, also ich meine, da müsste schon ganz schön was passieren, kennt das ja auch noch, das, naja, mal schauen, also ob die ja nochmal ganz oben angreifen können, ich weiß es nicht. Ich würde mich überraschen, ja, vielleicht passiert es, aber ich weiß es nicht, also das ist in der Regionalliga, wenn die da auf den Plätzen 6 bis 8 irgendwo spielen, dann sind die doch eher wie eine graue Maus und da wird dann auch keiner von sprechen, dass das die Nummer 3 der Stadt ist, also definitiv nicht, ja. Letzte Frage, BFC Dynamo, wird sich der BFC wieder sammeln, ist das alles, kannst du das nachvollziehen mit der Trainerentlassung oder hat der BFC noch ein bisschen an der verlorenen Relegation zu atmen? Die Trainerentlassung war im Nachhinein, das was ich jetzt so hörte von mehreren Leuten, die eben ganz tief im Verein drinstecken, war berechtigt, weil tatsächlich in der Schlussphase der Saison hatte eben der Trainer, der menschlich wirklich 1A ist, also wirklich ein super Typ, aber ja, er hatte keine weiteren Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, rein taktisch. Man hat es ja schon gesehen, die letzten 5, 6 Spiele, das, das, das nahm die Form schon, ne, ich war auch im Fürstenwalde da vor Ort, das war schon richtig dünn, ne, und dann, ja, eine Relegation, die erste halbe Stunde Hinspiel war unterirdisch, das war, das war gar nichts, das war ganz, ganz schlimm. Dann haben sie im Hinspiel sich ein bisschen gefangen, haben eine durchschnittliche Leistung abgeliefert, aber auch im Rückspiel, das war einfach, das war einfach zu wenig, das ist nicht unglücklich verloren und die können auch ein bisschen froh sein, dass für die Statistik das dann im Nachhinein relativ knapp aussieht, aber man muss sich da nichts vormachen, Hin- und Rückspiel, zusammengerechnet, schon 0 zu 3 zurückgelegen, da noch mal eine halbe Stunde, wohl ganz gut geboten, was mit ein bisschen Glück hätten sie sogar noch, ne, die hatten natürlich Angst gehabt, eine Nachspielzeit, das gibt ja so Spiele, spielst du nicht doll und holst es trotzdem nochmal irgendwie aus dem Feuer, aber man muss ehrlich sein, das war eben nicht doll, hat nicht gereicht und, ja, der Trainer hat eben nicht die richtigen Mittel gehabt, die Mannschaft da das letzte rauszuholen und gibt es jetzt einen Neuanfang und, gut, so Steinborn und ein paar Spiele, Torwart ist weg, aber trotzdem konnten sie sich ja eine Menge Spiele halten, inklusive Beck, hätte ich jetzt nicht gedacht und die bauen da jetzt was drum auf und jetzt mit dem neuen Trainer, naja, warum nicht, ne, mal schauen, ich denke mal, wenn sie das Konzept ein bisschen betrachtet, sie vielleicht jetzt nicht in der kommenden Saison jetzt ganz oben anzugreifen, aber eben in zwei Jahren möglicherweise, wo man halt direkt aufsteigen kann, ja, und das klingt doch sehr zuversichtlich und wenig pessimistisch und das ist doch schön zu hören. Ich glaube schon, das, ja, ich hätte mir alles vorstellen können, ich hätte auch mir vorstellen können, dass es komplett auseinanderbricht, dass man doch, ja, man völlig von vorne anfangen muss mit den Spielern, aber, ja, also es ist natürlich ein Überraschungspaket, kann sein, dass du da auf Platz sieben spielst, kann sein, dass du so an den ersten drei spielst, ich meine aber, das, ja, das kannst du bei Cottbus ja genauso sehen, ne, und bei Chemnitz, gut, Chemnitz wird jetzt nicht so reingeschätzt, aber so Jena, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie gehört, ja, die müssen da kleinere Brötchenbacken finanziell, plötzlich hört man, die haben da irgendwie super Spieler geholt, also, ich denke mal, Cottbus ist immer eine Nummer, weil der Trainer das einfach immer wieder schafft, da irgendwie die Tops zu motivieren, dass sie da tatsächlich wieder da oben mit dran spielen, ja, da wollen wir mal schauen, ich meine, ja, ich bin gespannt, also, ich hoffe mal, dass es generell einfach mehr wie eine schöne, spannende Saison wird, dass hoffentlich möglichst vier, fünf Mannschaften bis zum Ende ganz oben mitspielen und dann ist es doch schon mal eine tolle Liga, ja, dann werden wir es sehen, ja. Ich möchte am liebsten sagen, das war es mit dem Ausflug in den Berliner Fußball, aber wenn wir über Vorwärts Frankfurt reden, dann werden wir natürlich in den Berliner Fußball zurückkehren, aber zunächst zu dir, du bist Autor, du bist Journalist, du bestehst hinter dem Portal turus.net, lass uns einen Blick auf deine bisherigen Werke werfen, also, du hast angefangen eben mit diesen, ich glaube, es gab so ein Reisebuch, 13 Reisefragmente von dir noch irgendwie, 2003, was du mal verfasst hast. Genau, genau, mit Marc Bauch zusammen im Selbstverlag bei Books und Demand, genau, das war so. Also es gibt noch, es gab sogar schon vorher ein paar Manuskripte, also mit dem Schreiben auf einer elektronischen Schreibmaschine, 1994 schon angefangen, die ersten Fußballberichte, aber dann war 96, 97 noch ein Brasilienbuch, aber da habe ich keinen Verlag für gefunden, ich habe mich da echt bemüht, aber das war ja damals auf dem Postweg, schon richtig, ganz klassisch und 2003 quasi den Traum erfüllt, mal ein Buch rauszubringen und dann aber so richtig los ging es dann halt, so wie du sagst, 2014 mit Zwischen den Welten, da ein bisschen biografisch, die 90er Jahre so ein bisschen aufgearbeitet, das Segelprojekt mit drin verpackt. Das war so deine erste Lesereise dann auch gemacht, wo du das Werk so vorgestellt hast. Das war großartiges Feedback, genau, ich musste da gar nicht groß selber was machen, sondern die Fanprojekte haben sich so Zeit sogar bei mir gemeldet und das waren bestimmt 15 Lesungen so insgesamt und das war tatsächlich, das eine Mal im Herbst 2014 waren drei Lesungen in Folge, das war Chemnitz, am nächsten Tag nach Münster gefahren, nach Wuppertal, also war toll, also hat Spaß gemacht, ich habe ja vorher schon Dier-Vorträge auch gehalten, von daher ist es jetzt nicht so fremd, also vor Leuten zu sprechen und im Vergleich zu Dier-Vorträgen, die ich ohne Manuskript veranstaltet habe, ist es ja hier doch etwas einfacher, man kann ja nicht den Faden verlieren, man hat ja das Buch, man hat die Textausschnitte und das hat eigentlich auch mal super gut funktioniert, ja. Und dann hast du direkt dann im Folgejahr, also dann gab es noch ein Buch auch so rund um die Fans, Fackelkonflikte, Emotionen und dann war aber direkt die ersten beiden Fußballfibeln, die widmeten sich eben auch den beiden Herzensvereinen, Dynamo und Hansa Rostock. Was gefällt dir so an diesem Konzept, dass es ja nun insgesamt schon deine vierte Fibel ist, über die wir sprechen, aber dass du sofort gesagt hast, ich will das schreiben zu Dynamo und Hansa? Na, bei BFC war eben der Fall der Frank Willmann, der bis jetzt noch Herausgeber der Reihe ist, ab kommendem Jahr bin ich tatsächlich der Herausgeber dieser Reihe, der hat mich, wir waren halt auch privat befreundet und nach Zwischen den Welten, was ihm ja auch ganz gut, sehr gut gefallen hatte, hat er dann mich gefragt, weil es kamen die ersten Bände, waren im Gespräch, Union, Babelsberg, Cottbus und BFC und hat dann zu mir ganz klar gesagt, ich bin erste Wahl, habe ich Lust. Es gab noch so ein paar Vorgaben, wie das auszusehen hat, mittlerweile haben die Autoren ja und Autorinnen eine völlige Freiheit, aber damals gab es da Vorstellungen natürlich, die Historie sollte mit rein und die Highlights und die wichtigsten Spieler und aber trotzdem natürlich auch das Persönliche, ja, so habe ich zugesagt, das kam dann ja auch 2015, genau, die vier Bücher kamen gleichzeitig raus und dann habe ich mich da so ein bisschen vorgetastet und habe gefragt, ob ich Hansa auch schreiben könnte, habe ich da selber angeboten und da hat dann Frank gemeint, wenn ich es mir zutrauen würde und vielleicht dann auch den gewissen Shitstorm vertragen könnte, weil es natürlich auch Kritiker geben könnte, nicht sagen, ja, man kann nur einen Verein haben und Dieter ja nicht und BFC und Hansa, das funktioniert ja nicht, aber es war für mich halt auch der Versuch oder im Moment im Prinzip, ja, so eine Art Outing auch, zu sagen, das war so ein bisschen so eine versteckte Liebe, die habe ich nie so ganz offen gezeigt, weil ich, ja, ich war halt immer in der BFC Schublade und aber irgendwann sagte ich mir, ja, das ist Hansa, es ist wirklich Liebe und also wirklich eine richtig große und die immer größer und fester wurde und dann habe ich die Fußballfügel geschrieben, so ein bisschen mit Handbremse, ich wollte es jetzt auch emotional auch nicht übertreiben, also jetzt, jetzt so total in die Vollen zu gehen, habe ich da auch ein bisschen mit der Historie, nicht nur ein bisschen, sondern sehr mit der Historie beschäftigt und habe natürlich das persönlich mit reingepackt, aber so ein bisschen emotional, nahe ein bisschen Handbremse und bei Kaperfahrten 2020 habe ich dann im Prinzip alles reingepackt, alles was blau, weiß, rot ging. Kannst du Kaperfahrt beschreiben, was ist das für ein Buch? Ist das mehr ein Bildband? Ist das mehr textlastig? Ist das einfach Emotionen? Das ist ja Gemeinschaftswerk auch, also da bin ich auch der Herausgeber, der das Projekt geleitet hat, es sind natürlich sehr viele Texte von mir drin und gerade der Prolog, der ist sehr, sehr gelungen, im Prolog beschreibe ich, wie ich im Prinzip zu Hansa kam, über die vielen Jahre, wie das dann so geschah mit den Spielen 92 in Köln und 95 gegen Eintracht Frankfurt und Berlin Olympiastadion. Das war ja für viele so der Startpunkt des Fan-Werns, Fan-Seins für Hansa damals und dann hatte ich eine Menge Leute noch mit ins Boot geholt, den Klischi, den Heike Neuwald von den Viechern, der auch die Fan-Kocke geschrieben hatte und noch einige andere Leute, die Mia, die auch für Tours einige Hansa-Texte geschrieben hat und die Annika und noch ein paar Leute mehr, der Michael und zwei, die unter Pseudonym geschrieben haben und das geht querbeet, das ist ein bisschen chronologisch aufgebaut von 88 bis 2020. Zuerst wollte ich 90, aber ich habe gedacht, okay, da bist du ja so mittendrin, das funktioniert nicht, ich muss noch so Ostra waren, UFA Pokal, das muss noch mit rein, noch weiter zurück, hätte nicht gepasst, rein platztechnisch, wir wollten 400 Seiten machen, der Grafiker und ich und dann wurden es dann 512 und dann musste man wirklich irgendwann Schluss machen, allein drucktechnisch und versandtechnisch, das ist dann knapp unter 2 Kilo und ja, das ist, ja, größte Emotionen, so die Highlights von 88 bis gegenwart, Spielberichte, Fanberichte, manche Sachen auch so unter sportlichen Aspekt zusammengerafft dann irgendwie die Aufstiegssaison, also sagen wir, ja, Aufstiegssaison auch und die letzte Oberliga-Saison dann, als sie dann Meister wurden und sich für die Bundesliga qualifiziert haben und Barcelona natürlich, Landesmeisterpokal, also diese Sachen, aus verschiedenen Blickwinkeln und ja, das ist, da ist mir wirklich, also uns, sage ich mal, uns den Leuten ein absoluter Klassiker gelungen, ja, bin ich richtig stolz, stolz drauf und sitze schon an Teil 2, weil viele Leute auch sagen, ja, die freuen sich schon drauf, die fragen, dann kommt Teil 2 und Teil 2 wurde nicht so chronologisch schon, aber nicht so in einzelnen Kapiteln pro Saison, sondern das geht noch mehr in alle Richtungen, das geht bis in die 70er Jahre zurück mit Heinz Werner, ein Interview mit dem Trainer, mit Leuten, die seit 76 mit dabei sind, noch mehr DDR auch, das ist ja auch ein bisschen so mein Faible natürlich, so die 80er und ja, vielleicht noch ein bisschen wilder, da kommen so ein paar P18-Geschichten rein von den Jungs aus Wicker, von diesem Fanclub Utopia und du kannst dir ja vorstellen, es ist ja so, wenn dieses Buch rauskommt und die Leute es lesen, dann kommen da Leute auf einen zu und die sagen, Mensch, ich habe da noch was, entweder ich habe Fotos, ich habe da was zu erzählen, dann ist das Vertrauen natürlich auch da, wenn die das fertige Produkt sehen, das fertige Werk und dann sagen die, pass auf, also da habe ich jetzt auch Lust drauf, pass mal auf, ich erzähle dir ein paar Geschichten, da kommst du mal rum, wie derjenige, der schon irgendwie über 3000 Handler-Trikots hat, der hier in Zedenik wohnt und ergeben sich auch Kontakte und Leute, die mich wegen Turis noch nicht gekannt haben, über das Buch haben sie mich jetzt kennengelernt und da öffnen sich natürlich auch neue Türen, das ist ganz klar. Da wird es eine Fortsetzung geben, du hast die Liebe, eben für Nordostdeutschland und da bewundet es dann nicht, dass dich das Konzept Fußballheimat offensichtlich auch überzeugt hat, du hast die beiden Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg geschrieben, gut, wir hatten jetzt das Thema Fußballheimat bereits mehrfach vorgestellt, also du hast im Prinzip 100 Orte aus den jeweiligen Regionen, die in besonderen Orten sind, ob es ins Stadion ist im klassischen Sinne, ob es ja ein Friedhof sein kann, also irgendwelche besonderen Orte, wo du was erklärst rund um diese Fußballheimat und was dort Fußball gespielt wurde, aber da ist eben auch sehr viel DDR-Geschichte in beiden Exemplaren, nehme ich an. Ich hatte eine Rezension geschrieben, ich glaube über eine der ersten Bände aus dem ART-Verlag, das war Bayern, Nordbayern, Südbayern, glaube ich, und der Verleger hat es mir so einfach zugeschickt, in der Hoffnung, dass ich eine Rezension mache auf TURUS, und ich dachte so, ja, also München und Südbayern, das ist schon so ziemlich das, was mir am entferntesten liegt in Deutschland, aber mir hat die Idee gut gefallen, habe ein paar Verbesserungsvorschläge gehabt, oder einfach ein paar Ideen, wie ich das anders machen würde, oder könnte, und habe in der Rezension auch geschrieben, das wäre halt toll, wenn die Serie auch im Nordosten fortgeführt wird, und dann hat ein Tag, zwei Tage später, hat der Christian mir eine Mail geschrieben, hat gesagt, pass auf, du hast geschrieben, das soll auch in den Osten, mach doch einfach, dann habe ich so, was ist denn frei, na, Mac Pomp, und da habe ich gesagt, das ist ein Bingo, und das mache ich, dann habe ich Bock drauf, ja, Dynamo Schwerin, und Straß, und so die ganzen Geschichten, da war ich natürlich sofort, sofort Feuer in Flamme, und hatte ihn dann auch gefragt, wer macht den Berlin, und der meinte, naja, da sitzt jemand dran, und da habe ich gefragt, da in Brandenburg, ja, war es frei, und da habe ich ihm angeboten, beide Bände zu machen, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich einmal diesen Aufwand habe, ein paar Sachen zu bereisen, und zu recherchieren, dann würde ich einfach, zwei Bände auf einmal machen, weil es auch einen Vorschuss gab, das ist auch ein finanzieller Aspekt, und dann habe ich gesagt, pass auf, da machst du zwei so Teile, machst mal richtig Aufwand, ein halbes Jahr, und da habe ich das durchgezogen, ja, und bin dann auch, ja, zufrieden mit dem Ergebnis, ja, das ist einfach so, mal, mal eine solide Arbeit, wo ich auch mal zeigen konnte, ich kann quasi, ja, auch, nicht nur, Jux und Dallerei, und Bambule-Geschichten, und Spaßgeschichten, sondern, einfach mal was wirklich ganz Ernsthaftes, aber, natürlich trotzdem mit einer Portion Witze, ne, klar, also, soll ja auch so sein, und nun hast du ja die Fußballfibel wieder herausgeholt, du hast zwei Fußballfibeln, über die eine, der SV Sparta-Lichtenberg, werden wir noch einmal sprechen, die jetzt dein letztes Werk ist, und unmittelbar davor, die Fußballfibel zu Vorwärts Berlin, beziehungsweise Vorwärts Frankfurt an der Orte, und die ist ja eine ganz andere, eine besondere Fußballfibel, denn, das ist ja ein ganz anderes Konzept, erst mal die Frage, wie kamst du zum Thema Vorwärts Frankfurt, war es der 50. Geburtstag 2021? Ne, ne, ganz anders sogar, ganz anders, zum einen natürlich, steckte ich so im Thema Brandenburg, natürlich schon ganz gut drin, weil natürlich auch das Standort Frankfurt-Oder, ja auch im Fußballheimat, Brandenburg mit drin ist, und auch da habe ich dann schon beschrieben, dass ich so dieses östliche Brandenburg absolut liebe, also das, ich mag diese gewisse Melancholie, die das Oderland ausstrahlt, das Frankfurt-Oder ausstrahlt, das ist so ein bisschen wie in diesem legendären Film, Halbe Treppe, ne, der vor 20 Jahren irgendwann mal rauskam, und das ist so, das, ich weiß nicht, dieser Menschenschlag ist was ganz eigenes dann, ja, das, so, aber die Vorgeschichte ist nochmal ganz anders, der mit dem Frank Willmann, saßen wir, und dem Verleger, dem Bernd saßen wir mal zusammen, ich glaube, das müsste schon vier Jahre her sein, ja, und dann haben wir so Verlagstreffen, ich mache die, die Öffentlichkeitsarbeit auch seit zweieinhalb Jahren, also so, betreue die Facebook-Seiten und Instagram mittlerweile, und betreue die Autoren, und haben wir zusammen gesessen, haben geguckt, ja, was können wir verbessern, wo geht die Richtung hin, auf welche Standorte setzen wir, und welche Autoren haben wir, oder wer kennt den, wer kennt jenen, und dann sind wir die Liste durchgegangen, Wismut Gera wurde dann schon geschrieben, und, ja, und irgendwann fiel natürlich dann irgendwie, der DDR-Oberligist natürlich, Vorarbeits-Frankfurt, ja, naja, was machen wir denn damit, ne, den Verein gibt es in der Form nicht mehr, der Nachfolgeverein, 1. FC Frankfurt kickt in der Brandenburg-Liga, jetzt auch nicht so doll, eine schwierige Geschichte, ne, wen soll man da finden, wie finden wir den, es gibt ja keine Fanszene mehr, also, wie kommt man da irgendwie ran, der irgendwie was zu erzählen hätte, schwierig, aber wir haben das auf jeden Fall, die Liste mit aufgenommen, und ganz wichtig, so, ich habe dann auch überlegt, und, ja, wenn ich Frankfurt in den 80ern zuvorwärts, den einen habe ich in Leverkusen kennengelernt, im Ausbildungswohnheim, und ja, den anderen halt über ihn in Frankfurt, und, ich bin so oft immer hin und her gependelt, von Berlin nach Frankfurt, der hat, als der Freiburger hatte, bei der Bayer AG, in den 90ern, und in den Nullerjahren, des neuen Jahrtausends, wir haben uns immer wieder in Frankfurt getroffen, entweder mal hier, entweder mal hier in Berlin, oder halt in Frankfurt, rüber nach Slupica, ja, 94, das erste Mal auch ins Stand der Freundschaft, da war so ein Freundespiel, von Viktoria Frankfurt, gegen Borussia Mönchengladbach, 97, dann aber hin, da war so ein U21, Länderspiel gegen Portugal, und ja, fand ich irgendwie spannend, die ganze Geschichte, aber, hab's jetzt natürlich nicht so im Fokus gehabt, jetzt aktuell, ne, letzten 10 Jahre, ab und zu mal ein Oberligaspiel geguckt, also in der OV-Oberliga, auch in der Brandenburg-Liga, ab und zu mal hingefahren, aber, mehr war's dann auch nicht, aber, ich hab mir so überlegt, ich hab einen Wunsch gehabt, irgendwann auch mal einen Roman zu schreiben, ne, so, um tatsächlich mich mal ein bisschen mehr auszutesten, den Horizont mal zu erweitern, und dann kam ich irgendwann auf Idee, Mensch, ich könnte das doch mal verbinden, ich kenne Frankfurt-Ola sehr gut, so als auch hat es statt, und hab mir sehr viel erzählen lassen, und hab das irgendwann dem Frank Willmann beim Bierchen mal so erzählt, was meinst du, was hältst du davon, wenn ich noch eine Fußball-Fiel beschreibe, und zwar über die, über Vorwärts, und die so in Romanform, und das mit dem sportlichen, mit dem real sportlichen Geschehen verknüpfe, und da hab ich gesagt, da wäre mir schon wichtig, dass natürlich dann auch Vorwärts Berlin mit bei ist, weil natürlich die großen Erfolge ja in Berlin gefeiert wurden, und da hat der Frankfurt gesagt, du, ich schätze, du schaffst das, mach das, dann machst du eben die dritte Fibel, weil die ist ja nicht ein Ich, aus Ich-Perspektive, das wäre natürlich dann irgendwie wirklich Unfug und Blödsinn, also, das wäre dann einfach zu viel, nach BFC und Hansa, aber aus einer ganz anderen Perspektive hat er gesagt, du, mach das, probiere das, und dann habe ich das, glaube ich, drei Jahre Vorlauf gehabt, wir haben das irgendwie abgesteckt, in der Editionsliste und ein Datum, und ich musste dann, ich glaube, drei, vier Mal nochmal Aufschub bitten, ich habe gesagt, pass auf, ich brauche noch mehr Vorbereitung, ein ganzes Jahr, so parallel zu den anderen Arbeiten, zu Kaperfahrten, habe ich mich dann immer wieder mit den 50ern beschäftigt, mit den 60ern, den 70ern, mit den 80ern natürlich, musste ich mich jetzt nicht so intensiv beschäftigen, weil es ja auch meine eigene Kindheit und Jugend ist, aber ich habe gespürt, 60er Jahre, das ist ja ganz anderer Zeitgeist, die Musik, die Mode, wie haben Leute gesprochen, das ist ja nochmal auch eine ganz, ganz andere DDR, wenn du jetzt Dokus geguckt hast, Spielfilme, hast du ja, du hast gesagt, die Autos, alles, das ist ja, die Stadt sah anders aus, also die Städte ja auch dann, und, ja, habe mir überlegt, ich mache die 15er, 60er, lasse ich spielen, in meiner Heimatregion, hier in Berlin-Friesfelde, wo meine Großeltern herkommen, wo meine Mutter aufgewachsen ist, und 70er, 80er halt im Hansaviertel, im Neubauviertel, wo halt der Protagonist, dann im Neubauviertel halt dort aufgewachsen ist. Für den Protagonisten in Berlin habe ich ein bisschen meinen Stiefopa im Hinterkopf gehabt, so ein klein wenig, habe mir so vorgestellt, wie der so als junger Mensch so aussehen könnte, und wie so seine Interessen vielleicht waren, und wie er so seinen Alltag hier gestaltete, seinen Schulalltag hier in Berlin-Friesfelde, und für den Protagonisten in Frankfurt-Oder stand quasi einer meiner besten Freunde, tatsächlich der Molli, der heißt auch im realen Leben so, stand der Pate, ich habe ihn gefragt, ob ich ihm einen anderen Namen geben soll, und dann meinte er so, nö, wunderbar, und er wird sich so super freuen, da habe ich mir ein paar Sachen so erzählen lassen, so ein paar Eckdaten, und den Rest habe ich mir ausgedacht, habe so ein paar Sachen, bei ein paar Sachen ihn gefragt, bei den Eltern, die habe ich mir natürlich ausgedacht mit dem Namen, und gesagt, ist der das sympathisch, oder ist der das irgendwie, sind das Namen, die der irgendwie so sehr unangenehm sind, und man so, ja, er war mal begeistert, ich habe ihn gefragt, war es im Pferdenlager, er hat gesagt, nee, Betriebspferdenlager war er nicht, habe ich gesagt, naja, in dem Buch war es das aber, aber dann habe ich gesagt, was war ihr Lieblingsessen, da meinte er irgendwie Schnitze mit grünen Bohnen und Kartoffeln, habe ich gesagt, pass auf, das übernehme ich so, habe ich mir so ein paar Sachen, da muss ich mir das nicht ausdenken, da habe ich das noch mehr vor Augen gehabt, und da habe ich mir unglaublich viele Stichpunkte gemacht, während ich geschrieben habe, habe ich mich richtig eingeschlossen, die Wohnung bei mir, und habe an meinem Regal, glaube ich, 20 Notizzettel A4 rangepinnt, handschriftlich, mit Tesafilm, da habe ich immer rüber geguckt, damit ich mit dem Namen nicht durcheinander komme, und das ist noch zwei Kapitel, die Eltern in Berlin heißen ja anders, als die in Frankfurt natürlich, und ich wollte auch, dass die Charaktere ein bisschen unterschiedlich sind, also nicht, dass das noch aus dem Abklatsch wird in Frankfurt, das war, das war, ich muss sagen, das hat mich unglaublich bewegt, unglaublich, die Charaktere, vor allen Dingen der in Berlin, ich muss sagen, der ging mir emotional noch ein bisschen näher, wahrscheinlich, weil es hier im Quartier quasi meiner Großeltern spielte, hier in Friesfelde, wo ich jetzt auch wohne, in Berlin-Lichtenberg, und diese Musik, und diese Schlager, und diese Nachrichten, und dieser Nachrichtengong, und dieses DDR-Radio, und deutscher Fernsehfunk hieß es ja noch, und ich muss sagen, das war völlig, das war völlig irre, ich wusste, warum Schriftsteller und Künstler sicherlich auch Alkoholiker wären, weil sie gar keine Ruhe mehr finden, und nicht mehr schlafen können danach, und man steigt so tief ein, das hat mich richtig, im positiven Sinne, völlig mitgenommen, völlig, ich muss sagen, als das Buch irgendwann auch fertig war, aus dem Druck kam, es ist das erste Buch, na gut, Kaper faden auch so ein bisschen, aber es ist das erste Buch, was ich tatsächlich, manche Kapitel nochmal selber lese, nicht mehr selber auf die Schulter zu klopfen, sondern mich in die Stimmung, nochmal zu bringen, ich weiß genau, wie ich an dem Abend hier, am Schreibtisch gesessen habe, am Laptop, und ich muss sagen, wenn ich das lese, bin ich dann im Film nochmal nur drin, in dem Bootshaus, oder in dem, ja, als er das erste Mal zum Spiel geht, Wohlverhemden, OPPO-Pokal, da krieg ich Gänsehaut, das ist nicht, weil ich sage, Mensch Markus, hast du ja so geil, geschrieben, sicherlich ist es wirklich, das mit Abstand das Beste, was ich jetzt geschrieben habe, rein schreibtisch nicht, aber, ähm, diese Emotionen, diese, ja, wenn man auch so, die, die kurzen, es ist sehr wenig, sehr, wie wenig im Netz, von Vorweis Berlin, und dann auf dem italienischen Fernsehsender, ne, gegen, gegen Rotterdam, so krisselkrissel, schwarz-weiß, und, oh, Gänsehaut, ne, der Kommentator auf Englisch, beschreibte die Tor-Szenen, und, boah, krass, gegen Feynard-Rotterdam, und, toll, also wirklich, also das sind so, ja, das ist ja, das ist ja irre, ne, das ist ja so 60er Jahre, ich muss sagen, ich bin da auch ganz ehrlich, mit den 50ern, ich habe die Historie ja komplett verpackt, aber ich habe den Protagonisten, ich glaube, ich bin, ich muss kurz überlegen, ich glaube, als Kind 56 eingestiegen, ich habe das ganz bewusst gemacht, weil ich in meinem Erstlingswerk, was so in die Romanenrichtung geht, ich bin da lieber in den 60ern geblieben, weil, also die 50er, also sagen wir so, Anfang 50er, das wäre mir noch ein bisschen so weit gewagt, jetzt vom Alltag her, das, man sieht, okay, da hast du eine gewisse Grenze, die 60er, die waren mir schon sehr nah, Ende 50 ging dann auch, und dann bin ich einfach mit diesem Alltag des Kindes und des Jugendlichen, bin ich dann so 56 eingestiegen und dann fühlte ich mich da auch ganz sattelfest und als ich dann so in den Buchen in die 60er kam, da habe ich mich wohlgefühlt und konnte mir eigentlich auch den Berliner Alltag, den Ostberliner Alltag eigentlich auch wirklich sehr gut vorstellen und gedanklich ausmalen. Um die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen auf dem Weg zum FC Vorwärts Berlin beziehungsweise Frankfurt, müssen wir kurz in die Vorgeschichte gehen und wir müssen bei der HVA anfangen, die sogenannte Kassanierte Polizei damals, die rief 1950 die Sportvereinigung vorwärts, Leipzig ins Leben. Leipzig wurde Stützpunkt erklärt und Trainer Heinz Grügel mit 30 Jahren jüngster Trainer, später übrigens mit Magdeburg, Dreimalmeister noch über Pokalsieger, dort wurden die besten Spieler aus der DDR rund um die Kassanierte Polizei, die besten Spieler zusammengezogen und mit ihnen wurde dann der SV Volkspolizei TAY Vorwärts Leipzig gegründigt und im August 1951 ohne sportliche Qualifikation in die Oberliga eingestuft und dort konnte man tatsächlich im ersten Saison den 15. Platz, also den Klassenerhalt schaffen, aber man war nicht so richtig zufrieden, deswegen bediente man sich beim Lokalrivalen Chemie Leipzig, was zwangsläufig großen Unmut nach sich zog. Zitat, die Empörung war riesengroß und wenn Vorwärts irgendwo gespielt hat, wurden die wirklich mit Hass empfangen, so schreibt es Chemie-Historiker Jens Fuge. Die Stimmung drehte sich also da und trotz der Verstärkung trat der SV vorwärts der Kassanierten Volkspolizei Leipzig, so hieße dann, nicht wirklich in der Oberliga besser auf und hatte Schwierigkeiten, da die Klasse zu erhalten und aufgrund der Stimmung auch, die in Leipzig war, hat man sich dann entschieden, bereits die letzten Heimspiele der Saison 52-53 als SV vorwärts der KVP Berlin im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zu spielen und am Saisonende musste man dann als Viertletzter in die DDR-Liga, also Zweite Liga, absteigen. Damit beginnt 1953, also drei Jahre eher, als du in die Geschichte, in das Ost-Berlin eingestiegen bist, letztendlich die Geschichte von vorwärts Frankfurt als vorwärts Berlin. Sind dir noch in deiner Recherche weitere Gründe für die erste Delegierung, nämlich von Leipzig nach Berlin? Sind dir da noch weitere Gründe über den Weg gelaufen oder trifft es das im Wesentlichen die Stimmung in Leipzig, die negative und die Tatsache, dass man sagt, man wollte in der Hauptstadt letztendlich die guten Kräfte zusammenziehen? Ja, beides. Eigentlich so, wie du sagst. Es gab ja in der Anfangszeit der Oberliga sowas wie Pankow, gab ja recht kuriose Vertreter und ich glaube, man wollte wirklich was, mal als richtig was platzieren, auf jeden Fall. Ja, das ist sicherlich beides, so wie du sagst. Also in Leipzig hätte es ja keine Zukunft gehabt. Das war ja wirklich, so wie du sagst, blanke Hass. Kurios bei der Recherche drauf gestoßen und war dann so, als sie die ersten Spiele in Berlin ausgetragen haben, hat es die örtliche Presse verschwiegen, wo sie eigentlich auch gespielt haben. Ja, die haben das offengelassen. Das war richtig kurios. Also die haben das, die haben das irgendwie nicht erwähnt, in den Spielberichten, dass sie halt in Berlin gespielt haben. Das war, es gab die Spielberichte wohl in den Zeitungen und das war ein bisschen durcheinander, weil die Leute, also quasi die Fußballfreunde, die Fußballfans und die Fußball interessiert sind, sag ich jetzt mal so, die waren gar nicht im Bilde. Wo wurde jetzt spielen? War das jetzt nur ein Test und gehen die wieder zurück nach Leipzig? Das klang wohl manchmal auch ein bisschen raus in manchen Artikeln. Dann konnte man so annehmen, aha, vielleicht doch wieder zurück und das war, glaube ich, für ein paar Monate echt so hin und her in den verschiedenen Zeitungen, bis es dann irgendwann völlig amtlich war und die gesagt haben, so, nee, jetzt hier, Kantianstadion, Janschmottpark, jetzt heißen sie vorwärts Berlin, spielen auch hier und fertig aus, ja. Das war wohl kuriose Zeit, ja. Also das mit dem Wechsel so medial betrachtet musste sehr konfus gewesen sein, ja. Und es gibt ja rund um vorwärts sehr viele Wechsel, das werden wir dann auch im weiteren Verlauf sehen. Das war durchaus üblich. Sportlich war man erstmal erfolgreich, schaffte sofort, man hieß dann ZSK vorwärts, schaffte den Wiederaufstieg. Ein wirklicher Knaller gelangt dann letztendlich zu diesem Zeitpunkt im Pokal als Mann. Die BSG-Motor-Zwickau mit 2 zu 1 im Hans-Steier-Stadion in Dresden 1954 besiegte und damit tatsächlich vor 15.000 Zuschauern den Pokal-Sieg holte. Man hatte wohl drei Nationalspieler, Eilitz, Scherbaum und Fröhlich mit in den eigenen Reihen. Aber das war schon eindrucksvoll und war ein recht guter Auftakt, den man dort sportlich hinbekommen hat in Berlin, auch wenn das offensichtlich abseits der Öffentlichkeit passiert. 1954 wurde dann mit Dynamo eine weitere Mannschaft etabliert. Hatte man nicht so richtig Vertrauen in die Armee-Fußballer oder was war der Grund, dass man 1954 gleich noch den SC Dynamo Berlin etablierte? Was denkst du? Klar, gute Frage. Hat man Vertrauen zu dem Zeitpunkt? Da, ich glaube, ich würde einfach mal sagen, man hat sicherlich auch gedacht, also so als Hauptstadt kann sicherlich auch zwei erfolgreiche Vereine vertragen. Also das, denke ich mal, war sicherlich der Fall. Also das, die andere hat man sicherlich gehabt dann, ja so als Hauptstadt. Ja, also wenn Leipzig schon mit Lok, also haben sich ja auch umgenannt in der Zwischenzeit mit Lok und Chemie, da so zwei Größen hatten, dann warum nicht in Berlin, ja, definitiv, ja. Was man vielleicht am Anfang noch sagen musste, dass die Spieler gependelt haben, also teilweise von Leipzig, vom Wohnsitz in Leipzig zur Heimspielstätte. Deswegen hat man den Standort des Klubs dann während der Saison 54, 55 nach Strausberg, also östlich von Berlin verlagert und die Spieler sollten jetzt dann auch den Wohnsitz wechseln. Das hat ein großer Teil abgelehnt, so dass dann letztendlich vorwärts Leipzig wieder verstärkt wird und man hat dann offensichtlich den SCDHFK Leipzig aufgeteilt, so dass ein Teil dann im Prinzip nach Berlin ging von denjenigen, um die Mannschaft dort zu verstärken. Grundsätzlich ist es schon richtig, 56 anzufangen, denn dann kam wirklich Bewegung in die Sache. Du hast im Januar 56 die Nationale Armee, die gegründet wurde. Am 1. Oktober wurde dann die Armeesportvereinigung gegründet und ab 1. Februar 57 hieß der Verein dann am Schmäh-Sportclub vorwärts. Was folgte denn zu diesem Zeitpunkt dann mit der Gründung der NVA in der Oberliga? Dann kamen doch die Erfolge so nach und nach, oder? Erster Meistertitel 1958 und dann ging es ja Schlag auf Schlag. 1960, 62, 65, 66, 69, damit verbunden dann ja auch die Auftritte im Europapokal der Landesmeister. Das war 59, 60, das erste Mal dann. Welches Mal gab es das erste? Ja, genau. Genau, den Wohlverhemden Wanderers und ja, dann ging das jetzt weiter. Noch einmal war hier der Pokalsieger, 60, 61, roter Sternbrunnen, lustiger Name. Und wichtig ist zu erwähnen, dass das die erste Runde des Europapokals der Pokalsieger war. Das ist das erste Mal, dass es den gab und wichtig zu erwähnen, Vorwärts Berlin war ja nicht Pokalsieger, sondern das war der SC Dynamo Berlin. Aber das Präsidium des DFB hat in Absprache mit Dynamo Vorwärts Berlin entsprechend gesetzt, weil SC Dynamo Berlin auf einer Asienreise war und somit nicht in der Lage war, diese Begegnung auszutragen. Deswegen hat Vorwärts da die erste Runde gespielt. Sie haben 2 zu 1 das Hinch Heimspiel gewonnen, 0 zu 2 verloren, sodass sie ausgeschieden sind, aber sie waren Teilnehmer der historisch ersten Runde des Europapokals. Siehst du, das hätte ich, ja, die Sache habe ich aus dem Kopf gar nicht mehr berat gehabt. ja, nee, stimmt, ja, spannende Sache auf jeden Fall. Und dann in der Folgezeit, ich meine, wenn man sich die Gegend einfach mal anguckt, was da so kam, Glasgow Rangers, Douglas Prag, Manchester United, Gornick, Sarpsche, Panathinaikos, Roter Stellen, Belgrad, Fede und Rotterdam, Bologna, Benfica, Eindhoven, bis zu den Zeitpunkten zum Umzug. Also Wahnsinn, ja, also das, also Manchester United, also das war mir ja auch überhaupt nicht bewusst, also, also, mit der Vorwärts-Berlin-Geschichte hatte ich mich vorher auch nie groß auseinandergesetzt, sicherlich im Zuge auch der Recherche zu den anderen Fußballfibeln natürlich allgemein mit dem DDR-Fußball natürlich immer beschäftigt und natürlich war Vorwärts-Berlin ja immer, logische Eise, immer mit dabei, aber auch Europapokal-Auftritte von denen, also da habe ich dann schon ein bisschen gestaunt, was da so bei war, ja, und war, ja, und zum Beispiel 1970, ich meine, einfach mal Panathinaikos, äh, 69-70, Panathinaikos ausgeschaltet, Roter Stern, Belgrad und dann halt denkbar knapp ging Fede und Rotterdam 1 zu 0, 0 zu 2, also, ähm, ich meine, Europapokal-Landesmeister halt, ne, da spielst du halt nur gegen Meister und, ähm, also das, ähm, schon eine Nummer, ja, definitiv, ja. Weißt du was, bei deiner Recherche, wie sich die Zuschauerresonanz zu diesem Zeitpunkt entwickelt hat, also man kann ja vermuten, dass gerade durch diese, diese Auftritte auf europäischer Ebene, dass da schon eine große Aufmerksamkeit da war, war das auch so? Ja, ja, Europapokal definitiv, klar, das würde, also jetzt hier vielleicht gegen, erste Runde hier ging Wort auf Wort FC, habe ich jetzt nicht im Kopf jetzt zu zahlen, aber da, da denke ich mal, wird das auch überschaubar gewesen sein, aber alleine, das fing er schon mit, mit Wohlbehemden an, im Stahl in der Weltjugend, also damals noch Walter Ulbricht Stadion, also das, ich weiß es nicht genau, aber das war ja irgendwas, über 50.000, also, das waren schon nochmal definitiv dann, also das, klar, Europapokal, das wurde richtig mitgenommen, in der Liga, naja, da muss man schon ehrlich sein, das, das schwankte schon sehr massiv, also bei großen Duellen, natürlich gegen damenhafte Gegner, waren auch schon mal die Ränge voll, aber es gab halt auch Spiele, wo nur 3.000 bis 4.000 Zuschauer kamen, dann ja, das war tatsächlich, ja, große Bandbreite, was es, was es betraf, das spannte schon sehr, ja. Was mich sehr überrascht hat, also, dass vorwärts Berlin die prägende Mannschaft in den 50er und 60er waren, hast du ja auch mehrfach erwähnt und sehr offensichtlich, aber, dass man immer vor Dynamo letztendlich, oder im großen Teil, bis auf zwei Ausnahmen, immer vor Dynamo lag und die direkten Vergleiche auch deutlich für sich entschieden hatte, also, dass da vorwärts wirklich ganz offensichtlich zu deinem Zeitpunkt eine starke Mannschaft war, die Vermutung liegt nahe, dass eben aufgrund der Differenzen zwischen vorwärts und Dynamo oder besser gesagt zwischen Armee und Staatssicherheit, schräg schräg Polizei, dass das eben auch ein Dorn im Auge war, dieser Erfolg, aber erst mal am 18. Januar 66 entstand dann der FC vorwärts Berlin, das war jetzt kein typisches Berliner Thema, dass da FCs entstanden, sondern das war ein DDR-Thema, kannst du es nochmal erklären, warum wurde 66 der FC vorwärts Berlin gegründet? Genau, das war ja Ende 65, Anfang 1660, kurz zuvor hatte man halt beschlossen, die Fußballsektionen aus den Sportclubs auszugliedern und eigene Fußballclubs zu gründen und dann haben wir Hansa Rostock und der 1. FC Magdeburg haben wir den Anfang gemacht, noch Ende 65 im Dezember und dann folgten ja beim BFC Dynamo und Kottbus, Energie Kottbus und Rot-Weiß Erfurt, Halleser FC und in dem Zuge halt auch dann vorwärts Berlin dann ja als FC. Du hast es angesprochen, also 1971 der letzte Auftritt im Europapokal, der Pokalliga gegen Eindhoven, was müssen wir sonst noch erwähnen? Sechsmal Meister, dreimal Vizemeister, einmal Dritter, zweimal Pokalsieger 54 und auch 70. 70 hat man wieder in Dresden, dann aber im Dynamo-Stadion gegen Lokomotive Leipzig 4 zu 2 gewonnen, also zwei Pokalsieger. Das ist schon eine sehr eindrucksvolle Leistung und trotzdem wurde 1971 alles anders. Der FC vorwärts wird entsprechend einem Beschluss der Leitung des Ministeriums für nationale Verteidigung nach Frankfurt-Oder verlegt und in der neuen Oberliga-Spielsaison 71-72 den Kampf um Tore und Punkte als FC vorwärts Frankfurt-Oder aufnehmen. Hieß es am 10. Juni 1971 in der Zeitschrift Neuer Tag, das war die SED-Bezirkszeitung für Frankfurt-Oder. Um jetzt also zum Training gelangen, mussten solche Helden wie Jürgen Nölder, DDR-Nationalspieler, Bronze-Medaillengewinner beim Olympischen Sommerspielen und DDR-Fußballer des Jahres 65-66, die mussten eben jetzt nicht mehr nach Lichtenberg zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, sondern es ging nach Frankfurt ins Stadion der Freundschaft. Was waren die Hintergründe für diese Verlagerung? So wie du sagst, Sitz Strausberg, NVA, das lag so ein bisschen nahe, dann Frankfurt, die Stadt Frankfurt hat da auch großes Interesse signalisiert, da Oberliga-Fußball zu etablieren und da natürlich wie du gesagt hast, gab Union, natürlich in der Falling BFC Dynamo aufstrebend und sollte sicherlich der Platz einfach geräumt werden. Das hatte sie die dicken Wälzer auch gelesen von, ich muss mal kurz mal kurz mal holen von, ich will jetzt keinen falschen Namen sagen, genau, genau, das habe ich hier mal kurz zu liegen. Das war entspannt, dass er, selbst er wollte sich nicht endgültig festlegen, was jetzt wirklich tatsächlich die, naja gut, die Gründe klagen, die Lange schon ein bisschen auf der Hand, aber, ich sage mal so, wer hat im Prinzip so den, den Knopf gedrückt quasi für den Umzug. Das war, das war ein bisschen offen, blieb das dann irgendwie noch so, wer ist da wirklich so den Hebel am meisten drücken konnte. Fakt ist natürlich, Frankfurt hat sich, wo sie hat sich präsentiert, man hat dann die Spieler mit Familien schon mal nach Frankfurt geholt, man hatte Frankfurt von der besten Seite gezeigt, naja, die ist die große Begeisterung, wo es erst mal so dicht gegeben haben und vorher in Berlin gespielt hat, ich meine, das ist, da muss man einfach ehrlich sein und sicherlich auch Frankfurt oder Anfang der 70er war ja noch mal ein anderes als dann vielleicht auch in den 80ern und naja, Altbau, man kann sich da vorstellen, wie viele Straßenzüge auch noch aussahen und naja, also, ja, wie gesagt, aber, ja, der Umzug fand statt und die, die, die Leute, die da gewohnt haben, ich nehme es mal so an und wie sich das auch in den Zuschauerzahlen so am Anfang auch widerspiegelte, eigentlich auch relativ schnell die Sache angenommen, also, die werden sich schon befreut haben, ich meine, es kommt ja nicht um was, ne, um eine BSG mit irgendwie namenlos, die jetzt da irgendwie hinplatziert wird, sondern, ich meine, muss ich das mal vor, aus Frankfurter Sicht, so aus Sicht der Bevölkerung vorstellen, ich bin ja vorwärts, der sechsmallige Meister, Europapokal, kommt nach Frankfurt, ich nehme ja schon ganz stark an, also, da war eine Vorfreude da, also, ich denke mal, die, die, fanden das schon ganz cool und wenn die Mannschaft auch gezeigt haben, dass sie sich da auch gefreut haben und die Resonanz wird jetzt nicht die schlechteste gewesen sein dann, ja, ne, und dann, wenn wir uns den Fußball angucken in Frankfurt zu der Zeit, es gab Dynamo Frankfurt, die gerade im Sommer 71 dann auch aus der Bezirksliga in die DDR-Liga aufgestiegen sind und da wusste man dann nicht wohin und da hat man sie natürlich auch verlegt und dann letztendlich, du hast Vorwärtsfürstenwalde angesprochen, spielte dann ab 71 als SG Dynamo Fürstenwalde, also hat man diejenigen dann delegiert dorthin und so war dann Frankfurt, oder konnte die Vorwärts Frankfurt im Stadion der Freundschaft dann entsprechend spielen. Weißt du, was das erste Spiel war von Vorwärts Frankfurt? Ne, aus dem Kopf muss ich passen, ja. Ich habe Czerno Moritz-Warner ein Testspiel gelesen, was er 5 zu 4 gewonnen hat. Ach ja, das ist richtig, ja genau, ja. Und wie 16.000 Zuschauer habe ich da gelesen, das ist ja schon eindrucksvoll. Ja, ja, genau, mit einem, glaube ich, mit falschen Springer, irgendwie so eine Geschichte war dann, ja. Genau, und der, der sollte punktgenau landen, das war zu dieser Zeit ja so, ich weiß nicht, ob du das auch immer bei den Spielen gesehen hast, also in Gera hat man das auch ewig probiert und es gab dann eben immer mal, dass auch was schief ging und das war wohl dort auch so, dass eine halbstündige Verzögerung es gab bei dem Spiel, aber dort wurden eben auch die neuen Trikots präsentiert mit entsprechend diesen rot-gelben Farben, die ja letztendlich den Armee-Sportclub geprägt haben. Kannst du uns so ein bisschen Frankfurt zu diesem Zeitpunkt, gab es da, vorstellen, gab es da Industrie oder war das im Prinzip im Wesentlichen wirklich komplette Armee-Stadt? Einer der größten Arbeitgeber natürlich ist Heilblätterwerk, also da, wo auch dann die Mutter von dem Protagonisten dann auch gearbeitet hat, das ist ja ein bisschen südwestlicher Stadt, da musste man dann immer so mit so einem Bus dann so hinpendeln, aber das war schon, ich glaube, war tatsächlich auch zu der Zeit wirklich mit Abstand größte Arbeitgeber, ja. Es gab ja noch so ein paar andere Fabriken, ich glaube, ich glaube, eine große Möbelfabrik, da war ich neulich mal auch durchgewandert durch die Ruinen, das ist ein bisschen nördlich dann so in der Stadt, also ich habe viele Exkursionen gemacht zu Fuß, einfach für das Buch ja auch, um die Stadt ein bisschen kennenzulernen, ich war wirklich ein bisschen überrascht, wie viele Brachflächen an Industrie das so gibt, ja, also das tatsächlich, also es gab dann nicht nur das Heilblätterwerk, sondern mir fällt jetzt dieses Möbelkombinat ein, aber es gab dann noch sicherlich noch zwei, drei andere Betriebe, also weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, was ist es da, in welchem Bereich, aber also durchaus schon Industriestadt, ja, definitiv, ja. Also, Auftakt erfolgte in der Oberliga und auch wenn es in Europa dann nur noch als Vorwärts Frankfurt in den EU-EFA-Pokal ging, gab es trotzdem mit Stuttgart, Bremen, Einhofen spannende Gegner und 1974 mit Torwartlegende Dino Zoff und Juventus Turin einen spannenden Gast im Frankfurter Stadt in der Freundschaft und schließlich einen historischen Sieg mit 2 zu 1. Was ist dir mit diesem Spiel oder rund um dieses Spiel so begegnet bei der Recherche, was bleibt da in Erinnerung sicherlich der sensationelle Erfolg, oder? Ja, das, soviel zu sagen, das ist Sieg, Sie haben das das einzige Mal in der Geschichte in dem Stadion auf der Gegend gerade noch eine Zusatzstribüne gebaut, glaube ich, aus Holz und sowieso mit gewusst noch mal so die Kapazität erhöht und ja, und das, also Ausschnitte, glaube ich, habe ich jetzt online nicht gefunden zum Spiel, glaube ich, habe ich nicht, aber ich habe dann aus dem Vereinsarchiv oder von der Person von Herrn Südsdorf, der das ein bisschen betreut, sozusagen, das Bildmaterial und Programmhälfte und was halt noch so zu finden war auf der Geschäftsstelle in den 90er Jahren und was dann auch davor bewahrt wurde, in einer Papiertonne zu landen, das hat er so aufbewahrt und schön sortiert und ja, wenn man so die, die allein schon die Schwarz-Weiß-Fotos sieht, ne, so die Zweikämpfe oder so zum Torschuss angesetzt, also muss man sagen, boah, krass, also es ist so Juventus, das muss man sich mal so vorstellen, ja, die alte Dame, das ist ja, ja, krass, also das ist, ich glaube, mehr geht ja irgendwie auch gar nicht, ja, das war ja vom Namen her, auch so zu der Zeit damals, das war, ja, das ist ja Top 3, das ist ja Real Madrid, Juventus, ich meine, was, was ging mehr, ne, also das, ja. Wer heute den Podcast hört und dann in Sternen der Freundschaft fährt, atmet dieses Stadion noch so ein wenig die alte Zeit oder ist das modernisiert worden? Atmet definitiv, was ein Trauerspiel ist, dass irgendwann die Flutlichtmasten abgerissen wurden, also ein Rumpf steht noch, der wird von der Telekom noch genutzt, so als Antennenmast, aber die Basten, das war natürlich schon toll, die waren zwar leer, da kann man keine Lampen mehr drin, aber das war natürlich dann mal schon klasse, ja, das ist so, die Ränge als solches natürlich, klar, du kannst dann langlaufen, zum Teil gibt's noch die Originalbänke und zum Teil die Zäune, wenn man im Innenraum ist, dann kann man auch den alten Spielertunnel noch so sehen, der zugemauert ist, aber man kann so ein Stück mal so reinlaufen, ne, ich hab das neulich mal gemacht für ein TikTok- Video, da bin ich so reingelaufen und hab mich so ausgesponnen und bin so rausgekommen und hab gesagt, 74, 20.000 Zuschauer, Juventus Turin, ne, das, ähm, das, ähm, das, das Video ist ganz gut gelungen, weil ich bin dann den Tunnel so rausgelaufen, wie früher so die Spieler und, ähm, ja, das ist schon krass, ja, also wenn man sich das so vorstellt und das Marathon-Tor ist natürlich noch identisch, also, das ist das Stadion atmet definitiv noch was und wir haben ja neu so, so eine, ähm, so eine Aktion gestartet, dann, als ich mit dem Buch dahin kam, haben dann so ein paar ältere FCV-Fans, ähm, noch rot-gelbe Stoffe wieder so gehisst auf der Gegengerade und, ähm, ja, das, in dem Moment natürlich, ja, krass, ne, Wahnsinn, ja, dann hängen die Stoffe, ich glaub, was ich jetzt, zehn Stoffe hängen dann am Zaun und, ähm, selbst bei so kleinen Farbtupfern, ne, äh, das ist ganz anders dann. Ja, 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 und wenn du die Augen zumachst oder einfach nur so vor, vor dich hin so schaust, klar, das ist die Stadion atmet, ja, und schön, dass jetzt wieder Oberliga spielen und Dynamisch für Riemen kommt und Blau ist 90, die müssen alle hinfahren, ich werde es immer wieder bewerben und die motivieren, da hinzufahren, äh, das, das müssen Spiele auch stattfinden, Mafia, vor vier, fünfhundert Zuschauern und da müssen, natürlich kommen ja auch Gäste-Fans mit und ich werde auch die alten FCV-Fans immer motivieren zu den Spielen, wenn, ja, Dynamisch für Riemen kommt oder, äh, hier, Tasmania oder Blau ist 90 oder Hansa, Amateure, die müssen unbedingt die alten Stoffe hinhängen, ne, und die müssen auch möglichst viele Stoffe mitbringen und dann werden es ganz tolle Fußballspiele und dann wird es so ein Hauch, äh, ja, zumindest so, ne, so 88 bis 1990 haben wir Dynamisch für Riemen und Vorwärts tatsächlich in der gleichen Staffel gespielt, in der Staffel A und im Prinzip dann so ein Revival, so ein bisschen, ne, und das ist doch toll, das ist, ähm, ja, ich kann das auch nur jedem empfehlen, jedem Grauen Topper, der sich ein bisschen für Fußball interessiert, fahrt da hin, nehmt das mit und vor allem motiviert auch den Verein, den Vereinsoberen von, vom 1. FC Frankfurt motiviert die dazu, ein bisschen mehr, äh, die Tradition aufleben zu lassen, ich bin überzeugt, in ein, zwei Spielzeiten, wenn die einfach auch mal wieder in Rot-Gelb vielleicht beim Ausweichstrikot wieder spielen, ja, das ist, ähm, und die älteren Fans wünschen sich eigentlich auch gar nicht mehr, ja, eine Umbenennung wird es nicht mehr geben und vorwärts, das ist eigentlich ausgeschlossen, aber einfach in den Farben nochmal zu spielen, weißt du so, und, ähm, ähm, die Spieler haben sich auch nur erst gefreut, als die Stoffe hingen und die ganze Mannschaft ist rübergekommen, beim 6-1-Sieg gegen, ähm, Alt-Gelbersdorf, die haben die der Ola gemacht, die haben Shake Hands mit uns gemacht, also alle waren sie im Innenraum, wo wir ein Gruppenfoto gemacht haben und hast du gesehen, ja, Mensch, die Spieler wissen doch auch, wer früher da gespielt hat, weißt du so, und, ähm, das ist doch wie bei Stahl-Brandenburg und anderen Vereinen, die ein bisschen jetzt in den unteren Ligen spielen, äh, ein bisschen, ein bisschen die, die, äh, die Tradition aufleben lassen, das ist doch toll, das ist doch wie die Spieler toll, weißt du so, und, ähm, sei es nur ein bisschen, ne, du musst ja gar nicht da groß die Schlachtrufe irgendwie aufleben lassen, aber lass die Stoffe hängen, lass danach ein bisschen Quatsch mein Bier, die haben ja beim, beim letzten Heimspiel so ein Grillfest gemacht und ich muss sagen, das war, ich war wirklich überrascht, das ging bis 20, es waren vier Zuschauer an dem Tag, den Klosterfelde und, ähm, ein Großteil der Fans, äh, Zuschauer sind dann bis zum Schluss geblieben, bis Mitternacht noch, also, ich musste irgendwann mit meinem Sohn mal 22 Uhr los und ich hatte, das war das erste Mal, seit vielen, vielen Jahren haben die älteren FCV-Fans, die mit dem 1. FC Frankfurt nichts anfangen können, weil, naja, unbenannt fusioniert mit, mit Eintracht Frankfurt, also, mit Eintracht Frankfurt oder, ne, zum 1. FC Frankfurt, äh, 2012 und die sagen, ja, die Farben nicht mehr, der Name irgendwie gar nichts mehr, aber, ähm, die gehen eigentlich, die gingen eigentlich nur ins Stadion, wegen Ost-Nostalgiegründen und konnten mit 1. FC Frankfurt nichts beanfangen, aber man hat gemerkt, über den jetzt hier aufstieg, haben sich doch, wir doch ein bisschen gefreut, haben gesagt, okay, Mensch, und Dynamo Schwerin kommt und, ähm, an dem Abend kam, ähm, welche aus dem Vorstand, äh, auch ins Gespräch und die Spieler kamen ins Gespräch und alt mit Jungen und, weiß, da hat man sich einfach mal wieder an den Tisch gesetzt, die haben nicht miteinander gesprochen, jahrelang, die, die älteren FCV-Fans haben, da war, wie das Tischtuch war zerschnitten und ich glaube, da geht ein bisschen was, ja, und, ähm, ähm, sicherlich einen gewissen Anteil hat auch mein Buch und, ähm, und meine Besuche dort, ich weiß ja richtig häufig dort, und, ähm, ja, und auch die Zaunfahren-Aktionen, und, ähm, ja, vielleicht manchmal so ein bisschen zünder in der Wahl, und, ähm, ja, und wer weiß, weißt du, so ein Fleisch hat es auch den, ähm, in den letzten zwei Spielen, auch den Spieler nochmal so ein, manchmal ist es eine kleine Nuance, weißt du, das letzte Auswärtsspiel in Werner war ja auch richtig schwer, die haben ja irgendwie so ein Torjäger, der irgendwie völlig frei drehte am Ende der Saison, und, ähm, du musst es halt den nötigen Punkt holen und, wer weiß, vielleicht war es das, dass die gesehen haben, Mensch, jetzt kommen mal viele Zuschauer auch mehr in steigender Freundschaft, und es kommen auch wieder ein paar Ältere, und man kann miteinander quatschen, und, da kommt ein Autor, der irgendwie über den Verein Buch geschrieben hat, und der das aber auch ganz toll findet, dass der FC Frankfurt aufsteigt, und, und vielleicht kitzelt man nochmal 5% mehr raus, und vielleicht, ähm, im Gesamtpaket hat es vielleicht auch dazu geführt, dass die Spieler so richtig Bock hatten, und das muss ich auch sagen, dass so ein richtig duftig Spieler, äh, der, der, der Torhüter ist eine coole Sockere, äh, sieht zwei wieder groß aus, so ein richtiger Brocken, menschlich total cool, und, und auch die anderen Spieler, und auch der Trainer, ey, ein echtes Fund, weißt du, so richtig cool, mit denen auch kurz gesprochen, und, und, ähm, ja, das, das, das spüren ja auch die Eltern FCV, wenn sie sagen, Mensch, die brennen jetzt für die Stadt, weißt du, so, und, ähm, ja, das ist doch cool, und wenn dann Blau-Weiß kommt, und dynamisch wir reden, vielleicht fahren auch mal wieder ein paar, ein paar Leute mal auswärts, weißt du, so, und, ähm, das wäre toll, vielleicht nehmen die auch mal wieder einen rot-gelben Stoff, mal gehen mit, und, ähm, und, ähm, und hissen dem am Auswärtsspiel, äh, bei Blau-Weiß dann irgendwann, weißt du, so, und, ähm, ich meine, ist doch abgefahren, was denkst du, wie die das feiern, ja, wenn Vorwärts plötzlich da, ähm, mit, mit zwei, zwei Stoffe hinhängen, ja, und, ähm, und wie es in der Oberliga ist, ich meine, da wird ja jeder mit jedem dann Bier trinken, dann, ja, ne, also, davon gehe ich doch aus, ja, ich meine, da gibt es ja keine Rivalität, ich meine, da freut man sich letztendlich, ne, auf Prat-Past-Lowes. Ja, ja, du, ich, ich war beim Aufstieg von Dynamisch-Virin, ja, auf der Paulshöhe, ich meine, die, die haben, äh, zeitgleich war das ja, das Spiel in Werder, ich meine, die haben Frankfurt echt die, die Daumen gedrückt, und haben gesagt, ey, wir wollen nach Frankfurt-Oder fahren, ne, einfach als Standort schon alleine, weil da früher vorwärts spielte, weil das einfach, äh, ja, einfach als Standort schon toll ist, ja, so sehen es die Fans von Hansa ja auch, also die, die Amateur-Spielte mal unter, äh, begleiten und sagen, ey, Frankfurt, stahl in der Freundschaft, vorher schön ins Lubitz, ein bisschen was essen gehen, was trinken, und dann rinnen in die alte, alte Hütte, ne, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Rauchtopf anzünden, und, ähm, ja, und Party machen dann, ja, und, ähm, das war ja damals ja schon, so vor fünf, sechs Jahren, als sie zusammen in der Oberleer spielten, und ich glaube, da geht jetzt noch mehr, ja, also vor allen Dingen, dass man halt mit denen, das werde ich dann, äh, bei der Hansa kenne ich ja, äh, die mit den Amateuren fahren ja nun fast alle, ne, also die Stammfahrer, und, äh, da werde ich die ermutigen, dass die auch den Kontakt aufnehmen, oder dass wir zusammen auf Kontakt aufnehmen, und mit den Frankfurtern uns dann, äh, nach dem Spiel auf ein Bier noch hinsetzen, ne, und nicht nur das als Standort irgendwie cool finden und sagen, hey, machen wir hier ein bisschen Bambule, im Bambule von, die machen Oberkörper frei, machen eine Wasserschlacht und machen Rauchtopf, sondern, ähm, lasst uns einfach mit den Frankfurtern zusammen, die Bock haben, ein bisschen Fußballfest zusammen machen, zusammen feiern, ne, und, äh, ich sehe da viele Chancen, ja, und, ähm, ich denke mal, auf so einer Ebene, da, da kann ich bestimmt auch ein bisschen vermitteln, und, und ich weiß, dass die ersten Kontakte zwischen Frankfurtern und, und, und Schwerin dann schon jetzt stattfand, ja, über Facebook, das, das bedarf ja auch nicht viel, ne, das ist einmal Klick gemacht, und unter meinem Spielbericht auf Facebook finden sich die ersten Leute ja schon zusammen, ja, und, ähm, das finde ich's toll, und, ähm, das ist, ähm, dann, wenn Frankfurt gegen Schwerin spielt, wünsche ich mir einen 5-5, na, da werde ich mit denen betrinken, und dann freue mich auf die Schweriner, zu denen ich auch einen guten Rat habe, und, ja, das ist, ich, ich merke gerade, um ein bisschen kurz, ein bisschen abzuschweifen, im Rahmen meiner Arbeit über die vielen Jahre bin ich an so einem Punkt gelandet, ähm, der mich wirklich glücklich macht, im Bereich des Amateurfußballs, weil ich einfach auch paar kleine Sachen bewegen kann, ne, ich kann vermitteln, ich kann kleinere Vereine auch eine Plattform bieten, übers Magazin, oder sei es auch natürlich so ein Buch, was natürlich eine ganz große Wucht ist, und, ähm, ja, ich kann Kontakte herstellen, und, ähm, kann Leute auch motivieren, dass sie zu dem Spiel gehen, ich meine, das macht dem Amateurfußball, äh, ja, schon was aus, weißt du, ob du über, irgendwie, wenn du so ein bisschen für so ein Spiel wirbst, ich meine, kann ganz schnell kommen, dass 100 Leute mehr kommen, ne, weil, die Leute, das, weil die Leute halt nicht auf dem Schirm haben, und sagen, ja, Frankfurt gegen Dynamisch Schwerin, ich meine, alle haben natürlich ihre anderen Vereine auf dem Schirm, und, aber gehen ja trotzdem ganz gerne hoppen, oder mal was anderes gucken, und wenn ich dann irgendwie sage, hey, und bitte, dann denken, ne, am so und so vierten Spiel Frankfurt gegen Schwerin, dann haben die Leute das ja auf dem Schirm und sagen, hey, cool, danke für den Tipp, hätte ich voll verpasst, und dann, wenn man ein bisschen die Werbetrommel ruht, dann, denke ich mal, kann man da was bewirken, dass da die Sache gut angenommen wird, ja. Es wird auf jeden Fall eine spannende Oberliga-Saison, 22, 23, aber wir müssen zurück, zurück zum FC Vorwärts Frankfurt. Wir waren bei 1974 und dem UEFA-Pokalspiel gegen Juventus Turin. Frankfurt ist ja im vergangenen Jahr, gab es am 50. Geburtstag, und da ist auch überregional viel berichtet worden, und die FAZ titelte zum Beispiel, wie aus dem FC Vorwärts der FC Abwärts wurde. Dahin wird es natürlich gemeint, dass die sportlichen Leistungen, die in Frankfurt geboten wurden, und da darf dieses UEFA-Pokalspiel oder der Sieg gegen Juventus Turin nicht hinwegtäuschen, auf einem anderen Niveau waren als vorher Vorwärts Berlin, die regelmäßig um die Meisterschaft mitspielen, beziehungsweise die auch gewannen. Vorwärts stand 76, relativ unerwartet im Pokalfinale. Vorwärts verlor das gegen Lokomotive Leipzig mit 0 zu 3, doch 78 konnte dann der Abstieg nicht mehr verhindert werden. Klar gab es in der Folgesaison den Wiederaufstieg, aber trotzdem war vorwärts nicht mehr zu diesem Zeitpunkt, zumindest in den 70ern, nicht mehr diese starke Mannschaft in Frankfurt. Hat das Auswirkungen auf die Zuschauerresonanz gehabt? Hat das Auswirkungen auf die Identifikation gehabt, oder sind die Zuschauer dann auch mit dem Wiederaufstieg dann wieder mitgegangen und haben ihr Vorwärts-Team unterstützt? Genau, nach dem Wiederaufstieg kam ja dann die Hochphase sogar, zuschauertechnisch und fußballtechnisch, also hier von 80, also von 80 bis 85, muss man sagen, die fünf Jahre, also vor allen Dingen, sagen wir mal, die ersten drei Jahre in den 80ern, da waren die Ränge überraschend voll teils und natürlich die UEFA-Pokalauftritte waren natürlich legendär. Das ist das einzige Mal als Vorwärts-Frankfurt auch mal weitergekommen gegen Berlin-Mainer United, 80-81 und dann gab es ja dann die Spiele gegen VfB Stuttgart und vergessen natürlich Werder Bremen, das ist, glaube ich, so, wenn man so ein bisschen fragt, das blieb einfach am meisten hängen. Warum? Weil das so nah noch ist, oder? Stuttgart ist sicherlich auch schon eine Nummer, also definitiv, aber Bremen, das ist irgendwie tatsächlich da, ja, Name, also das musst du derzeit einfach nochmal ganz anders gezogen haben als jetzt Stuttgart dann, ja, das klingt aus heutiger Sicht ja irgendwie, vom Namen hier so als Bundesliga ist ja irgendwie ähnlich, aber zu der Zeit war irgendwie Bremen, das war irgendwie, ja, das war wirklich absolut schon, ja, gefühlt so aus der Bundesliga Top 3, so vom Namen, ne, das war, also das war unvergessen, ja, das ist das Heimspiel dann verloren und dann mit Rudi verloren damals, ne? Ja, 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 das war, ja, da kam auch ein paar Gäste-Fans mit und, ja, das war schon, war große Aufregung, man hat versucht, irgendwie Autogramme zu bekommen und man hat Kontakt aufgenommen, auch zu den gegendlichen Fans, man stand ja dann relativ eng beisammen und das war ja auch jetzt nicht so, so streng gehandhabt und abgeschirmt jetzt wie in Ostberlin, ne? Also wenn jetzt der HSV oder Bremen jetzt beim BFC Namen zu Gast waren, naja, da war ja schon volle Kapelle, was die Abschirmung so betraf, das war nicht ganz so streng, ja, sicherlich Staatssicherheit, Volksbusferien, der hat natürlich ein Auge drauf gehabt, dass da nichts aus dem Ruder gerät, dass es keine Spruchbänder gibt oder so eine Geschichten, aber es war eigentlich so, man konnte da schon auf den Rängen recht locker Kontakt aufnehmen oder auch vor dem Stadion, das war schon möglich, ja, also das war, war schon ein Riesenfußballfest, da schwimmen alle von, also, ne, absolut, und, ähm, ja, was... Für die Hörerinnen, also das hinten, man hat im Prinzip 1 zu 3, glaube ich, ähm, genau, verloren und dann 2 zu 0 auswärts gewonnen. Völlig überraschend nochmal, ja, tatsächlich, also, das hat man sicherlich dann sportlich abgeschrieben und dann am Fernseher verfolgt und dann, ja, plötzlich ging da was noch, ja, das war, aber, ja, der dritte Letzte, der dritte Treffer wollte nicht fallen und was das sportliche betrifft, was natürlich die, die FCV-Fest natürlich am meisten im Kopf haben und wo sie immer noch eine Träne hinterher weinen ist, ähm, Pace beeintaufen, ne, 2 zu 0, ähm, zu Hause und 0 zu 3 auswärts, das war, ähm, ja, das, da war aber das, das, das Weiterkommen wirklich machbar und, ähm, ja, das, ähm, da sagen viele, das Schmerz, das, ähm, das war wirklich die, die Möglichkeit und irgendwie, das war, ähm, ja, danach ging es halt wirklich abwärts, ne, also zuschauertechnisch und, ähm, das kam ja alles einher, dass, ähm, die Zuschauerzahlen, ähm, gingen in der zweiten Hälfte, 80er-Sus ein bisschen runter in der DDR-Oberliga und in Frankfurt eigentlich dann noch mehr, noch mehr rapide, ja, ja, der Erfolg bliegt dann aus, von Europa-Pokar war, äh, das war nicht mehr machbar, was ganz interessant ist, so, das rein statistisch, ich meine, die letzten Spiele von Vorwärts-Berlin, ne, in, waren ja gegen Eindhoven, und, ähm, von Vorwärts-Frankfurt auch gegen Eindhoven, dann, ja, der Vorwärts-Berlin, ja, das ist nicht so ein internationale Spiel, stimmt, so, so sieht es aus, ja, das ist mehr, und auch da, ähm, auch gar, Vorwärts-Berlin war ja 0 zu 2 und 1 zu 0, ne, und, ähm, und hier auch 0 zu 3 und 2 zu 0, also genauso knapp, und irgendwie, irgendwie spricht es so ein bisschen, ja, so irgendwie, ähm, eigentlich, es wäre was machbar gewesen, auch das dann noch mehr zu etablieren, auch sportlich, aber, man, man war irgendwie so kurz davor, aber hat es dann doch nicht gereicht, und im Fall von Frankfurt ging, ging völlig klar, ab, ab 85 ging es dann abwärts, ja, das ist nicht mal aufzuhalten gewesen, die Zuschauerzahlen waren dann wirklich niedrig, ähm, fan-technisch, äh, also, so, was, was die aktiven Fans betraf, äh, ging immer was, tatsächlich, mehr als, ähm, also, auswärts waren die Zahlen natürlich definitiv überschaubar, aber das war ja nun generell jetzt, äh, so der Fall, mal so Chemie ausgenommen, auch Dresden, aber, da war natürlich das schon ein Trauerspiel, außer bei, paar Auftritten mal Dresden, aber so zu Hause, ich hab das ja in meinem Buch geschrieben, ich hab mich ja mit Leuten auch unterhalten, die zu der Zeit auch, äh, unterwegs waren, so, schon leicht, so auch in die Richtung, in die Hul-Richtung, ähm, die auch da nicht abgeneigt waren, dass man auch mal die Fäuste geschwungen hat, und, ähm, ja, die, ähm, haben definitiv gesagt, ist, der ein oder andere Auswärtsfan aus Aue oder auch Rostock, äh, hatte das, äh, rot-gelbe Wunder auch in Frankfurt erlebt, ne, also, weil natürlich viele gedacht haben, äh, also, ach, ja, da kannst du hin, auch Frankfurt, weil, da kannst du hinfahren, da, da steht ja bloß ein paar NVA-Idioten, dann, ne, da irgendwie auf den Rängen, und da sonst ist da nichts, naja, also, ne, gummler Straße, ähm, die Nebengassen, ähm, ist ja, da gibt es ja so ein paar lustige Straßen, und wenn man sich so vorstellt, wie das auch so in DDR-Zeiten aussah, recht verfallen und düster, und dann, äh, biegst du irgendwie ab, dann vom Bahnhof kommt, und so eine dunkle Gasse, und dann plötzlich stehen ja irgendwie 30 Leute von vorwärts gegenüber, ja, also, das, ähm, da passiert noch was, und das war, ähm, tatsächlich auch, habt ihr so auch rausgehört, und habt ihr es ganz gut getroffen, die sind ja in abgestiegen, ne, 88 in der DDR-Liga, und in der Saison, 87, 88, hat sich, haben sich die Fans nochmal so richtig ausgelebt, ja, tatsächlich, nochmal in der DDR-Oberliga, irgendwie haben die das so im siebten Sinn gehabt, im Bauchgefühl, dass danach dann irgendwie, das war ja auch die Abstiegssaison, man hat ja irgendwie gekämpft, das ist am Schluss, und dann ging das runter, naja, und dann kann man sich das ja nun vorstellen, ne, also die zwei Jahre DDR-Liga, ich meine, das, ähm, ja, da passiert dann wirklich nicht mehr viel, also, das waren eigentlich die Weichen, eigentlich für, für diese letzte DDR-Oberliga sind, sie sind ja zum Glück nochmal aufgestiegen, 190, aber im Prinzip, der, da war ja Drops gerutscht, da war keine Basis mehr da, äh, die Struktur, ich glaub, da war irgendwie alles weggebrochen, ja, auch der Rückhaltende Bevölkerung, das war, glaube ich, da gab's ja noch ein müdes Lächeln, also nach zwei Jahren DDR-Liga, das war nur noch so, hm, naja, was soll's da in der, alles entscheidenden DDR-Oberliga, äh, also DDR-Oberliga, oder DDR-Liga, äh, Quatsch, Oberliga-Saison, NUOV-Oberliga-Saison, ich glaub, die meisten haben das da schon im Gefühl gehabt, da, da passiert doch nicht mehr viel, ja, ich glaub, die werden gesehen haben, was kommt an Spielern, ne, was ist da, was geht sozusagen ins Rennen, und, äh, ich glaub, da haben sich die, die wenigsten noch große Hoffnung gemacht, dann, ja, dass da groß noch was geschieht, ja, ja. Ja, du bist halt in den 90 wieder aufgestiegen, und das war der Zeitpunkt, wo alle einen Umbruch hatten, und wo alle nach Arbeit gesucht haben, und sich eben wenig um Fußball gekümmert haben, das kam dann erst noch dazu, ja, ja, ja. Also im Prinzip war so, dass im Prinzip in den 70er Jahren hast du eine Hochphase mit dem Europapokal, dann gehst du abwärts, dann hast du zum Anfang diese Hochphase und das Finale mit dem Spiel gegen Eindhoven, und nach Eindhoven wurde eben Jürgen Großheim, das war der damalige Trainer, der zuvor schon ganz erfolgreich bei Vorwärts Berlin gekickt hat, und letztendlich auch, ja, ein Führungsspieler und auch eben auch in Leitfigur als Trainer war, der wurde direkt auf dem Rückflug entlassen, und zumindestens ging es danach abwärts, ob das jetzt direkt mit der Trainerentlassung oder allgemeine Entwicklung zu tun hat, auf jeden Fall schien damit eben auch eine wichtige Säule weggebrochen zu sein. Du hast gesagt, die letzte DDR-Oberliga-Saison, sie hieß dann damals NOFH-Oberliga, da ging es um die Qualifikation für die 1. und 2. Bundesliga, es gab zwei Plätze in der 1. und vier in der 2. richtig? Ich glaube sechs sogar, ja. Sechs in der 2. und so rum, und man konnte dann, es gab dann um die letzten zwei Plätze, glaube ich, gab es eine Qualifikationsrunde, und wenn man bis zum 12. Platz von 14, dann konnte man sogar da noch mitspielen. Man wurde aber letzter, und damit war klar, das Ende des bezahlten Fußballs in Frankfurt-Oder. Ich nehme an, ein maßgeblicher Grund ist eben auch die Auflösung der NVH gewesen. Also im Prinzip ist hier, ja, Trägerbetrieb weggebrochen. Die Region, du bist direkt, ja, sehr weit weg von der Grenze zur Bundesrepublik gewesen. Also die Voraussetzung und auch mit dem Abspiel, dass du zurückkamst, es war sehr, sehr schwierig. Und deswegen konnte man letztendlich dort auch als FC Viktoria 91 Frankfurt in der letzten Oberliga-Saison nichts reißen. Nee, da gingen quasi wirklich die Lichter aus, ja. Also das ist, ja, und das habe ich auch im Buch ganz gut getroffen, diese, ja, diese Melancholie ganz zum Schluss. Und eigentlich war den Leuten, den FCV-Fans, die dann so in den letzten Spielen da gingen, die letzten Spiele waren dann irgendwie achtmal Zuschauer und so eine Geschichte. Das war wirklich, ja, im Prinzip war den Leuten klar, das wird ja nichts. Du bist dann, ja, komplett, also das war jetzt mal dritte Spielklasse, aber man weiß ja noch, die drei Staffeln, ne, der NOV-Oberliga 91, 92, ja, ich meine, da warst du, ich glaube, die war Nordstaffel, genau mit, mit bei, ja, ich meine, die Gegner, ich meine, ja, ich meine, da warst du plötzlich sowas in der Provinz, so regional in der Versenkung verschwunden, da, da, mit dem Standort auch und mit, mit den gravierenden, ähm, wirtschaftlichen Problemen ja auch in der Stadt, äh, Halbleiterwerk dann irgendwie geschlossen und, ähm, dann die Grenzlage ja auch noch, macht es ja auch infrastrukturell ja nicht einfacher, also das, ähm, ja, das war schon sehr, sehr, sehr viel Tristesse. Viele sind auch weggezogen, haben ihre Ausbildung irgendwie woanders gemacht und arbeitstechnisch, ja, sind viele auch weg, in den Westen gezogen oder zumindest auch an andere Standorte hier in den neuen Bundesländern, also das, ähm, ja, zu der Zeit, dann so ab 92, war ich dann oft in Frankfurt und, ja, und da war sie, ne, diese, diese Melancholie und eigentlich auch so ein, ja, so eine, so eine Art Aussichtslosigkeit, ähm, so, na ja, so, na ja, man hat dann irgendwie geguckt, dass natürlich irgendwie zurande kommen mit seinem Job, das ist völlig klar und man, man hat sich auch irgendwie, die meisten auch erstaunlich gut auch arrangiert oder so, dass das ja und man hat dann irgendwie, ich kenne unglaublich viele Leute, die dann irgendwie so ihren Ausgleich, so, auf Wochengrundstück auf der Datsche gesucht haben und, und dann schön beim Bierchen und Grillen und mit so einer, mit so einer ganz, ähm, kuriosen, auch Gelassenheit, ne, also völlig anders als vielleicht auch der Sachse, ne, so, ähm, wo es dann irgendwie, ah, wo ich ja hier irgendwie, und der Wutsachse, ne, der wird dann möglich, wenn irgendwas nicht so läuft und ich hab ein bisschen immer so ein bisschen auch bewundert, so diese Gelassenheit der Leute dort, ja, ob sie es jünger oder ältere waren und, naja, da wurde halt dann so, naja, gut, mit Viktoria, naja, gut, dann wurde halt nichts, naja, dann ist halt der Handball, das war natürlich immer so ein bisschen der Stolz, natürlich, und das Boxen und man hat sich über andere Sachen halt dann erfreut und irgendwann kam ja auch Energie Cottbus hoch, hat man sich über die gefreut und, ja, naja, und das ist dann so, naja, und mit der Viktoria, naja, das ist dann so, ne, und dann, da hab ich dann irgendwie den Papa von einem Freund, also von meinem besten Freund, und dem dem Jan dann irgendwie gesagt, na, lass uns doch mal zusammen, was zum Brandenburg, Brandenburg-Liga, also Verbandsliga natürlich noch damals oder auch ja, Oberligaspiel gab es ja noch, ach, ne, du, lass mal sein, Marco, ne, ein müdes Lächeln, weiß ich mal so, ja, warum denn nicht, oder so, man kann auch mal Oberliga-Fußball gucken, ne, 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 das, 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 ne, mit mir, mit mir wurde ja keiner hin, ne, ne, also, ich, wenn ich da war, ich hätte auch ein Spiel mitgenommen, weißt du, so, aber das wollte keiner hingehen, das war wirklich nur ein müdes Lächeln, und dann, naja, Marco, komm, wir gehen zum Handball, ne, also Frauen der Handball, ne, vor allen Dingen, und dann so, haben wir um Europa-Pokal-Spiel, die ging so viel, und deswegen, sonst was gesehen, war ja auch mal cool, ne, klar, warum nicht, aber irgendwie, da wollte ich niemals zum Fußball gehen, ne, also, selbst die, die Leute, die FCV-Fans, die in 18 als Jugendliche zu jedem Spiel gingen, ne, das war irgendwie, das war denen schon, selbst das war, das war einfach so traurig, ja, das konnte man sich einfach nicht angucken. Ja, aber das scheint dann auch eine fehlende Identifikation zu sein, also, irgendwie scheint ja die, die neue, der neue Verein oder die Nachfolger nicht so richtig mitgenommen zu haben, die Vorwärts-Tradition, das klingt ja so ein bisschen bei dir an, dass das, dass man das eigentlich abschütteln wollte, auch den Namen eben, die Diskussion nicht zulassen wollte, aber das ist dann halt auch schwierig, ne, wenn man dann komplett bricht. Also, genau, also es gab wohl tatsächlich so ein Häufchen, ähm, 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 die tatsächlich dann auch hier mit Viktoria in den 90ern, Anfang des Tausens auch dann, ähm, gefahren sind mit Fanclubs und auch auswärts, und, ähm, ähm, zum Teil ein bisschen erlebnisorientiert, und also ich hab mal so ein paar Fansdienste geschenkt bekommen bei Alte, dann staune ich dann irgendwie doch noch, ja, mit dem Bus um wo hin gefahren, und, und irgendwie, also, ja, so oft, auf, auf, auf kleinem Niveau ging schon noch was dann, ja, aber ich glaub dann irgendwie, also 2012 mit, mit der Fusion und nochmal mit der Umbenennung, dann irgendwie in 1. FC Frankfurt, also, man darf auch nicht vergessen, vorher haben sie ja auch einen, häufig in Rot-Gelb gespielt, ne, also, manche haben das noch so so mitgenommen und so, aber ich glaub mit, mit 1. FC Frankfurt brach, ist man, dann brachen wir noch mehr weg, ja, also dann, ne, dann, ähm, das ist dann irgendwie, also da waren wirklich manche richtig verprellt, ja, und okay, naja, die Namen, naja, gut, 1. FC Frankfurt, naja, hätte man damit leben können, aber die Farben jetzt so komplett, also so als Spielkleidung, oder so komplett aufgeben, also da haben wir wirklich dann manche schon dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, wirklich die Schnauze voll gehabt, dann haben sich dann wirklich abgewandt, dann, ja. Kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, oder? Ja, 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 und dann, ähm, ja, das ist, ähm, ähm, Positiv war sicherlich, ähm, also, eine der guten Sachen, die man dort gemacht hat, ist, ähm, ähm, sanitär, also Quatsch, also Funktionstrakt und Hauer, neue Haupttribüne, ja, also da muss ich dann wirklich mal eine Lanze brechen und sagen, also, das haben die gut gemacht, ja, also das ist so, ne, so mit diesem Rot, ähm, so ein bisschen eingebunden, auch von der Höhe her so ins restliche Stadion, also, da gibt's ja wirklich ganz andere Geschichten, ja, also ich muss sagen, so auch so drin, die Räumlichkeiten, Umkleide, ähm, die Raum, wo Pressekonferenzen stattfinden, gemeinsam ist Essen der Mannschaft und, äh, oben so ein bisschen mit so einer Terrasse oben, und, also, das ist ja wirklich Drittliga-tauglicher und neulich hingegen, als das Grillfest war, war einer meiner BFC-Freude dort, die, mit Frau und Kind, die haben die Radtour gemacht und sind dann doch mal vorbeigekommen, sondern nach dem Spiel und da hat er sich dann angeguckt, ne, und ich hab ihm drin so ein bisschen die Sachen gezeigt, der war völlig baff, ne, und hat gesagt, mein lieber Scholli, also hier, Verbandsliga noch, und so eine Haupttribüne, also gerade diese Räumlichkeiten drin, der meinte, also da, davon träumt der BFC ja im Sportforum, ne, also er hätte, das ist ja, das ist ja ein Traum, ne, sowas zu haben, also das wäre beim BFC, das wäre das Nonplusultra, ne, so, wenn man das im Sportforum so integrieren könnte, ne, alleine auch drinnen, das ist ja wie geleckt, also, aber trotzdem und auch da so ein Hauch, historische, ne, man hat ja schon paar Tafeln angebracht, paar Bilder, also so ist ja nicht, ne, und man so dann drin, schon nicht schlecht, aber ich sage halt, es wäre halt mehr möglich, also so wie bei Stahlbrandburg, die haben das ja auch jetzt komplett neu gemacht, da ihr, da wo die Unkleinen sind und Vereinsheimen und die haben sich ja mit Graffitis, ist also mit so bemalt bis brät und dritten gestaltet also gänsehaut was ist so ein von stahlbrandburg und das finde ich da wurde halt da würde noch ein bisschen mehr gehen von der gestaltung also so dass man da irgendwie das müssen aufgreift und ich finde irgendwie an die vorderfront zum beispiel klar man muss natürlich mit der stadt ansprechen die sind die eigentümer aber so hand in hand das irgendwie sagt irgendwie dass man da jemand ran holst in der agentur und auch wie ich stelle erstellt das mal vor so man könnte es ja auch so ein schwarz-weiß machen so gegen juventus den 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 siegtreffer quasi oder ein der siegtreffer zum verein es vielleicht als von so einem schwarz-weiß foto so abgenommen das war ja irre du kommst auf dieses gelände und du siehst von vorwärts gegen juventus turin den siegtreffer ja so als weiß sozusagen als foto nur so als graffiti ist ja alles machbar ja und ja da finde ich da geht was du musst raufkommen ins stadion gelände und du musst eigentlich du musst sofort drauf stoßen selbst wenn ich mit mit dem mit fußball gar nicht so auskennen das gar nicht auf dem schirm hast dass da irgendwie mal ein europapokal gespielt wurde da musst du halt dann das muss als blink blick fangen für sein und du musst dann auch wie sagen krass wie juventus war hier 74 gewonnen was ist das denn und da wäre halt noch mehr machbar und ich finde da ja vielleicht findet der weg so quatsch der verein den weg dass da noch ein bisschen mehr geht dass man ein bisschen an die historie vielleicht ein bisschen mehr anknüpft dann ja und dass man eben auch da den einen oder anderen älteren zuschauer vielleicht auch mal wieder vor der datche vom wochengrundstück mal wieder anholt und sagt statt kirchenpflücken auf der datche einfach vielleicht doch mal zum heimspiel der oberliga war doch mal ja zum ersten fc frankfurt geht ja es wäre den verein und seinem seinen fans zu wünschen wenn der erste fc frankfurt demnächst eine umfrage macht wer die erfolgreichsten bekanntesten beliebtesten vorwärtsspieler der vorwendezeit waren also der vorwärtszeit waren welche drei spieler fallen dir ein die maßgeblich wirklich die den den vorwärtsfußball geprägt haben er hatte da muss man schon sagen das sind natürlich die aus der aus den 60er ende 60 natürlich aus der berliner zeit ja das sind irgendwie also fresdorf spickelnagel nöller das sind natürlich an das sind die überstrahlen alles nach dessen namen das ist ja das ist gänsehaut ja ich meine jürgen nöller lebt ja noch und ich hoffe mal dass man es irgendwie dass ich eigentlich das wäre wirklich so ein ding ich bin jetzt nicht so so ein nostalgiker der sagt also ist so menschen jetzt unbedingt so treffen und er vor stunden aber aber das wäre ich habe dass wir noch ein ding also das wäre ja das ja das müssen wir noch mal hinkriegen der ja das ist das besonder mit wege leiten ja das war ja jetzt mit corona und das war ja zwei jahre sowieso auch während der recherche gar nicht möglich sich da groß mit leuten zu treffen aber aber das muss jetzt mal so sein dann ja und dann ja die aus der frankfurter zeit ja das ist die antwort müssen jetzt die wirklich die fcv fans geben die halt den acht jahren zum stahl gegen dann ja das ist da bin ich auch wirklich ehrlich tatsächlich namen ja gucken aufstellungen anlesen und das ist tatsächlich auch beim alter hunderte tausende namen fast war so während der schreiben es geht wirklich damit auch wirklich ehrlich es gibt auch wirklich auch viel rein und draußen kommt das nächste buchprojekt die nächsten namen zahlen daten es ist es ist tatsächlich ich muss auch wirklich gestehen du schreibst und buch denkst du die den nein 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 ich da muss ich wirklich passen die namen blieben es wirklich nicht hängen von den fcv spieler aus frankfurter zeit das ist da bin ich ehrlich ja aber du hast ja schon mit mit nölder den ddr fußballer des jahres das muss man schon sagen der da einfach wirklich herausragend ist spiekenagel hast ja auch angesprochen als nationalspieler das sind ja schon wirklich ja zentrale figuren scherbaum der kapitän der fußball nationalmannschaft der ddr beim ersten länderspiel 52 war also das sind schon rund um diese vorwärtszeit ja tolle persönlichkeiten gewesen und natürlich auch tolle erfolge ein namen gibt gebe ich doch noch und zwar den denen das muss noch sein ja weil ich aufgeschlagen habe und zwar den lieblingsspieler vom protagonisten ja diese molly ja und das war folgt war cool das war sein ja das war sein lieblingsspieler ja folgt mal cool das war so lieblingskult spieler glaube ich so ein bisschen gegen das in die richtung ja das ist ja um jetzt doch noch mal ein namen zu nennen vielen dank marco dass du uns durch die geschichte des fc vorwärts berlin beziehungsweise frankfurt geführt hast natürlich zum abschluss die frage diejenigen hören und höre die jetzt natürlich in diese geschichte aber auch also nicht nur die geschichte des vereins des vorwärts fußball sondern in deine geschriebene geschichte einlesen wollen wo kann ich dein werk bestellen also die wie generell bei den fußball fiebeln natürlich auf allen einer buchhandlung und ja auch bei dem größten online portal aber wer natürlich eins bei mir kaufen will mit der persönlichen widmung der kann das natürlich bei mir bestellen und dann einfach nach meinen namen googeln findet man sofort oder einfach auch marco-bertram.de und dort gibt es dann ja da werden die ganzen bücher alle zehn bücher auch vorgestellt man kann das entsprechende buch anklicken darunter ist ein kontaktformular dann kriege ich eine mail und antwort dann auch per mail das funktioniert eigentlich sehr gut das war hat den härtetest auch bestanden mit körperfahrten was ja schon sehr viel bei mir bestellt wurde und also gewisser stresstest als es auch recht viele bestellungen auf einmal gehabt vor zwei jahren auch vor anderthalb jahren und ja ich freue mich natürlich über jeden der die bücher bei mir bestellt ganz offen bleibt natürlich ein bisschen mehr hängen auch dann als wenn das buch jetzt bei amazon oder buchhandel bestellt wird aber ja wie gesagt wer den buch an unterstützen will kann es natürlich auch dort bestellen im buch und der buchhandlung des vertrauens logischerweise es gibt ja welche die vielleicht mal reinschauen wollen dann ist natürlich eine buchhandlung sich das zuschicken lassen mal kurz mal durchblättern und dann hoffentlich gefesselt werden ja ganz ganz herzlichen dank es ist eine spannende zeit wir hatten schon ein podcast zur geschichte von vorwärts dessau durften jetzt mit dir für den vorwärts berlin und vorwärts frankfurt die geschichte besprechen und natürlich planen wir noch zeitnahen podcast zur geschichte von vorwärts leipzig dort letztendlich wo alles angefangen hat und was ja neben der berliner und frankfurter zeit parallel immer noch gespielt wurde und dann auch wieder noch mal neu nach dessau delegiert wurde es ist eine besondere zeit diese armee sport club zeit war gut dir ganz 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 herzlichen dank für deine einblicke und die zeit und ich freue mich auf unser nächstes gespräch über sport lichtenberg können wir gerne machen für ich danke auch und ja einen schönen großen die runde vorwärts und ich höre jetzt gerade von meinem kollegen herr als lauschen dass die zeit nur für die wie spaß kommt die ich hier nicht sehe sie können das jetzt vorteilen meyer hat den ball ich glaube es war mit dem rechten fuß aus bis zum winkel aus links aus der position und der ball ist gespielt und 32 minuten 1 zu 0 für werner höhnmann war das der sich da löste und da wird sich rein und das tor hei ja ja ich rufe einsatz zunächst der versuch mit fallrutsch hier zum erfolg zu kommen wir werden das ja nacheim noch einmal sehen können die slow motion kommt wenn der aras lauschen der sagt wie sie läuft die hereingabe der fallrutsch hier mit links und dann völler war das der fallrutsch hier versuchte und dann ube reißer mit dem rechten fuß die fußballer nehmen sowas einen hammer das könnte hier die entscheidung sein wieder gute spiel und ein wunderschönes tor ein tor von rudy völler das 3 zu 0 wunderbar herausgespielt der torwart zögerte auch das werden sie gleich in der Zeitung besehen ein weißer flugball wunderbar gezogen von der rechten seite wir sehen jetzt die flanke das zögernde torwart Rudi völler auf dem fall fuß dem torwart erwischt ein klassisches tor 3 zu 0 nach unserer uhr noch 13 sekunden jetzt und noch einmal in rot-gelb vielleicht jetzt mit anschluss noch einmal hinaus wieder auf die rechte seite wieder der versuch vorbeizukommen und da laufen zwei Kollegen hier bei mir vorbei aber als wischer habe ich das Tor doch noch gesehen das ist das Tor doch noch ein rückblick von Conrad Bis zum nächsten Mal.